Was ist das, was die Diskussion ist? In Polizeiuniform wohlgemerkt, möglicherweise ein Stasi-Mitarbeiter ist, dann guckt man plötzlich hin vor, interessiert einen das nicht und dann findet man manchmal seltsame Sachen heraus. Ich lese mal vor, was in der Frankfurter Rundschau heute so stand. Nunmehr steht fest, Karl-Heinz Kuras, Westberliner Kripo-Beamter der Abteilung Staatsschutz, war während der Proteste gegen den Schar von Persien in keiner Weise bedroht oder von Demonstranten umringt. Vielmehr schoss er den Studenten Ohnesorg aus nächster Nähe von hinten in den Kopf. Fotos des Leichnams beweisen, dass Ohnesorg zuvor grün und blau geschlagen worden war und zwar von Polizisten. Sie und nur sie hatten ihn umgekreist und niedergeknüppelt, wie sich aus Fotosequenzen zwingend ergibt. Helmut Starke, Einsatzleiter und Vorgesetzter von Kuras, stand nur wenige Meter entfernt und log später konsequent, er habe Kuras erst zehn Minuten später auf der Straße getroffen und selbst nichts gesehen. In der folgenden Nacht brachten Ärzte des Moabiter Krankenhauses den toten Knochenteil, brachen Knochenteile um das Einschussloch heraus, zogen die Kopfhaut zusammen und vernähten sie. Auf dem antlichen Totenschein logen die Ärzte, Tod durch Schädelverletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung. Die herausgebrochenen Knochenteile verschwanden für immer. Hernach wurden Akten gefälscht, Beweisstücke unterschlagen, Zeugen nicht befragt und Aussagen abgebrochen. Es geht denn hier noch weiter, dass auch Journalisten ihre Filme vernichtet haben, die daneben standen und so weiter und so fort. Das sind die berühmten Fälle. Immer mal wieder läuft so etwas durch die Medien und da hat man immer den Eindruck, oh weia, was geht da ab? Und es wird durch diese Einzelfälle, die dann so aufgebauscht wird, der Eindruck erweckt, hier scheint eine weiße Herde schwarze Schafe zu haben. Was ich heute machen will, ist ein Blick in die Niederungen der vielen kleinen Dinge, Dinge, die normalerweise nie in die Medien gelangen und dann will ich daran zeigen, die Herde hat keine schwarzen Schafe, sie ist schwarz. Dieser Text stammt von einer Nachrichtenagentur, die hieß damals noch DDP und die hat mal das nachrecherchiert, was ich auch recherchiert habe und kam zu diesem Ergebnis. Das ist das, was die dann veröffentlicht haben und quasi das auch nachgeguckt haben, was ich jetzt auch darstellen will. Beispiele aus der Provinz, aus der Polizei der Provinz, gar nicht so weit weg von hier. Alle meine Beispiele, wo ich genauer hingucke, stammen aus einer einzigen Stadt. Aber ich glaube, dass diese Stadt nicht irgendetwas Ungewöhnliches ist. Es ist Gießen, eine Stadt, die nicht so viel größer oder kleiner ist wie Fulda, die aber auch eben nichts anderes ist als viele andere Städte. Sie verfügt über einen großen Gerichtskomplex und ansonsten über alles das, was man eigentlich in so einer Stadt immer vorfindet. Sie ist also eine ganz normale deutsche Stadt. Vielleicht gibt es zwei Dinge, die man erwähnen sollte, warum es zu dieser Konstellation in Gießen gekommen ist, die so ein bisschen der Grund sind, warum das sich da langsam eskaliert und wir auch so genau hingeguckt haben. Das eine ist, das ist wahrscheinlich einigermaßen bekannt oder gerade auch in letzter Zeit in dem Zusammenhang bekannt geworden, der jetzige hessische Ministerpräsident und vorherige Innenminister, der wohnt dort in Gießen. Und das zweite ist, dass es dort eine Phase gegeben hat von kreativem Widerstand, Protestaktionen. Das will ich kurz mal darstellen, weil man sich klar machen muss, auf was die Sicherheitsbehörden dieses Landes, Polizei und Justiz ab Sommer 2002 in Gießen regelmäßig trafen. Ich will das beginnen mit der ersten gelungenen Aktion. Das war halt so, dass im Jahr 2002 sich dort Leute, da gab es eine ganze Menge Trainings in kreativem Widerstand, was ich übrigens empfehlen würde, solche Dinge halt zu machen, sich das auch anzueignen. Also sowas können wir auch gerne mal für Fulda verabreden. Wir haben das richtig viel dort gemacht. Wir waren gar nicht viele Leute, aber irgendwann waren es mal so fünf bis zehn, die anfingen in Gießen verschiedene Aktionen zu machen, nur damit man sich so einen Eindruck schaffen kann, mit was man da so sich abgekämpft hat. Die erste gelungene Aktion, dann einer sehr langen Serie, war im Bundestagswahlkampf 2002. Da kam dieser Herr dort vorbei, den kennt ihr wahrscheinlich so als Außenpropagandisten der Bundesrepublik Deutschland, ehemaligen Vorsitzender einer Partei, die jetzt immer so kurz über die Wahlkampfkostenerstattung kommt. Der ist dort halt auf den Gießener Kirchenplatz gefahren. Das ist schon Platz, das ist vor allen Dingen so ein Rasen, da stand mal eine größere Kirche, der den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt, der Turm steht da noch. Und dort bauten seine Regionalfürsten eine Bühne auf. Und dann kam Guido mit seinem Guido Mobil vorgefahren, das war so ein 31 Liter auf 100 Wagen, und trat aus der Tür. Und als er da raustrat, hörte er von oben am Turm mit einem Lautsprecher, Ja, guten Tag, Guido Westerwelle, bist du ja heute nicht alleine, wir machen mal ein bisschen Wahlkampf mit. Und dann schaut er da hoch, sagt ein großes Transparent, schritt zu seiner Bühne, wähnte sich in dem Besitz einer überlegenen Lautsprecheranlage und machte dann etwas, was eigentlich schon ganz putzig war, er pöbelte gegen die da oben. Das ist ja in der FDP sonst nicht so weit verbreitet, aber in diesem Fall war das so und Leute, die jetzt im Publikum standen, unterstützten das auch noch ganz stark, bis eine Stimmung entstand, dass mehrere dort forderten, man sollte die Leute da oben herunterschießen. Und in dieser Stimmung fiel plötzlich Guido Westerwelles Lautsprecheranlage aus. Und wahrscheinlich hat er nie begriffen, dass es ausgerechnet die waren, die diese Pöbeleien anstifteten, die sich dadurch bei der FDP eingeschleimt haben und die Lautsprecheranlage außer Kraft setzen konnte. Subversion, ein total wichtiges Mittel im politischen Kampf, nicht immer sich gleich zu erkennen geben. Das Ergebnis, Guido Westerwelle, ging wutentbrannt in sein Guido-Mobil und verließ Gießen, während wir, ich war mit oben auf dem Turm, eine Stunde lang alleine den FDP-Wahlkampf bestreiten konnten. Ab diesem Moment, und das war sehr faszinierend, das hat uns sehr viel Spaß gemacht, kam es in Gießen zu einer ungeheuren Dichte, unterschiedlichster Aktion, zu ganz unterschiedlichen Themen, aber immer mit sehr, sehr viel Kreativität vorgetragen. Ich drücke das auch mal in Zahlen aus, auf was die Polizei da so traf, mit was sie sich auseinandersetzen müsste. Es gibt eine Kriminalitätsstatistik ja immer für jede Stadt, gibt es für Fulda sicherlich auch. Für Gießen wies diese Kriminalitätsstatistik dann von 2002 auf 2003 eine Steigerung sogenannter linksradikaler Straftaten von 657 Prozent aus. Weil die sortieren ja ganz vieles dann immer so als Straftaten ein, aber es war also tatsächlich sehr viel Kreativität dabei. Die Polizei reagierte zunächst einmal mit den üblichen Dingen, die es so gibt. Wenn immer wir unterwegs waren, gab es so ein Spalier, es gab den ersten Gießener Kessel, dann irgendwann mal, da suchten die nach Rasierschaum, weil sie Tortenattentate vermuteten. Also Rasierschaum deshalb, weil man soll nie irgendwelchen Leuten eine Sahnetorte ins Gesicht rücken, weil die klebt überhaupt nicht gut, sondern eine mit dem Rasierschaum nachgebaute klebt wesentlich besser. Außerdem kann man vorher auf diese Pappe auch noch einen Spruch draufschreiben. Das gibt ein wesentlich besseres Fotomotiv. Das sind so die kleinen Sachen, die man so Trainings sich aneignen kann, damit die Sachen auch passen. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht so auf drogenbelegten Partys in Gießen unterwegs, aber da hätte ich gerne mal mit Leuten geredet, weil die gesamte zivile Gießener Polizei wurde dann ab Herbst 2002 auf uns eingesetzt, die sonst immer nach Drogen fahndet. Keine Ahnung, wahrscheinlich haben die dann abends nicht so viel zu rauchen gehabt, die Polizisten, weil bei uns war da nie so viel zu holen, wenn wir politische Aktionen machen. So stand das also. Am 16. September gab es die erste Hausdurchsuchung in der Projektwerkstatt, das liegt halt 20 Kilometer von Gießen hier in diese Richtung, wo die immer vermuteten, dass dort diese ganzen kreativen Aktionen vorbereitet wurden. Also das ganz normale Spektrum polizeilicher Repression. Aber jetzt ging das so weiter und immer mehr Aktionen und die Polizei musste sich ja irgendwann auseinandersetzen, die Situation für die wurde immer prekärer. Wir haben irgendwann mal später Akteneinsicht gehabt, ganz häufig ja, und in einer fanden wir, dass sich Streifenpolizisten und Polizistinnen, die also im Gießener Innenstadtbereich eingesetzt werden, begannen zu weigern, noch Dienst zu schieben, weil die einfach mit dieser Konfrontation mit uns, mit diesen kreativen Straßentheaterszenen und sowas nicht klar kamen. Und in diese langsame Zuspitzung hinein kam es dann am 12. Dezember 2002 zu der ersten absurden Situation, also es beginnt die nachweisbare Story der fiesen Tricks von Polizei und Justiz. Was war im Dezember 2002? Die Gießener Stadtverordnetenversammlung plante eine Gefahrenabwehrverordnung zu beschließen. Das gibt es hier bestimmt auch, das basiert auf dem hessischen Polizeirecht und danach kann jede Kommune das nochmal ein bisschen verschärfen. Gießen hat sich dann wichtige Sachen ausgedacht, also so Dinge, die unbedingt geregelt werden müssen. Man darf jetzt in der Innenstadt nicht mehr Teppiche ausklopfen, man sollte nicht in den Papierkörben wühlen dürfen und lauter so unglaublich wichtige Sachen, sicherlich der wichtigste Paragraf ist, man darf nicht mit mehr als zwei Personen zusammen Alkohol trinken in der Gießener Innenstadt. Das ist so ein klassischer Paragraf, man kann ja nicht reinschreiben, wer weniger als 300 Euro verdient oder wer bunte Haare hat, darf nicht mehr nach Gießen, weil so deutlich darf man das nicht ausdrücken. Man meint das natürlich, aber jetzt auch nur wieder der Umgang von Subversivwiderstand mit so etwas. Jetzt wollten die also beschließen, es darf nicht mehr mit mehr als zwei Leuten Alkohol getrunken werden. Was machen wir? Polizeiuniform angezogen, in die Fußgängerzone gegangen, zu den Glühweinständen und überall dort, wo mehr als drei Leute an den Glühweinständen standen, haben wir die auseinandergetrieben, kam dann die normale Polizei, haben wir gemeint, ah super, wir brauchen noch eine Verstärkung, übernehmt ihr mal diesen Tisch. Also die drehten am Rad, immer mehr. Und jetzt kommt diese Gefahrenabwehrverordnung und die Lage in Gießen ist schon etwas zugespitzt und jetzt erscheinen in der Presse auch noch vor dieser Stadtverordnetenversammlung, die am 12. Dezember sein sollte, verschiedenste Zeitungsartikel, der Stadtparlament vor heißem Donnerstag. Es gab da schon verschiedenste Aktionen dagegen im Vorfeld und dann las man hier bei der Polizei, erwartet man am Donnerstag offenbar mehr als nur verbalen Protest. Beamte des Staatsschutzes sollen dieser Tage bereits im Stadthaus die Räumlichkeiten besichtigt haben, um auf mögliche Ausschreitungen vorbereitet zu sein. So also geht es jetzt in diesen 12. Dezember hinein. Wir sind jetzt am 11. Dezember, kurz vor Mitternacht. Zwei Leute, ich war auch dabei, deshalb kann ich das jetzt so aus eigener Erinnerung noch berichten, fahren mit dem Fahrrad durch die Gießener Fußgängerinnenzone, das darf man nachts sogar. Die verläuft, das ist ja selten das Weg, die verläuft so eher tangential zum Rathaus, wo ja dann diese Stadtverordnetenversammlungen sein. Das heißt, sie geht also nie direkt am Rathaus vorbei, sondern in einigermaßen Entfernung fährt man daran vorbei. Und wir sahen überall zivile oder auch gestreifte Wagen der Polizei und dachten uns, naja, das ist jetzt ja nicht so überraschend, weil wenn die Polizei solche Angstkampagnen macht, sind sie immer die Ersten, die es selbst glauben. Also sind sie wie blöd in der Stadt rumgefahren, um zu gucken, dass niemand ein Haus klaut. Und wir haben uns auch nicht weiter darum gekümmert. Wir fuhren da also so durch, dann kommt man am Ende vom Seltasweg auf den Brandplatz, da wo immer so der Wochenmarkt ist. Und da war jetzt ein Streifenwagen immer direkt neben uns und wir haben dann gedacht, ach, gerade keine Lust drauf. Sind dann durch so ein Neubau, kleines Neubaugebiet gefahren, wo so Eisenpfosten sind. Dann waren wir die los, kamen auf der anderen Seite wieder raus, da ist die Walthorstraße, genau da, wo der DGB es fertig kennt, Café Amelie oder so, wer solche Einrichtungen kennt. Genau dort, an der Straße, kamen wir raus von allen Seiten Polizeifahrzeuge und wir wurden verhaftet. Es war die Premiere des hessischen Unterbindungsgewahrsams. Das ist eine Rechtskategorie, die ja in der Bundesrepublik eine gewisse Zeit lang mal gefehlt hat. Die gab es bis 1945 und hieß dort etwas anders, nämlich Schutzhaft. Und das war ja das Mittel, mit dem die Nazis die politischen Leute als erstes aus dem Weg geräumt haben. Das Rechtskonstrukt der Schutzhaft war der, dass man Leute davon abhalten will, Straftaten zu begehen. Man schützt sie also durch die Verhaftung vor sich selbst, weil wenn man sie laufen lassen würde, würden sie Straftaten begehen, müssten dann eingesperrt werden. Und um das zu verhindern, sperrt man sie ein. Das ist dann aus naheliegenden Gründen 1945 erstmal abgeschafft worden und kam auch 1949 nicht wieder neu in die Republik, obwohl ja die ganzen Nazirichter und sowas eigentlich im Amt blieben. Hätte man auch gleich das Recht über, aber das blieb weg. Und kam erst mit den Chaos-Tagen in Hannover wieder in die bundesrepublikanische Gesetzgebung. Da Polizeigesetze aber Landesebene sind, dauert das in manchen Ländern unterschiedlich lang. Und in Hessen war es relativ spät und so war das die Premiere des Unterbindungsgewahrsams. So heißt es jetzt. Nun muss man beim Unterbindungsgewahrsam aber einen Grund angeben. Man kann das nicht einfach so machen, sondern muss irgendwas, da wird man einem Haftrichter vorgeführt. Und das wurden wir dann auch. Und waren doch ziemlich erstaunt, als die Polizei dann einfach zu dem Haftrichterin sagte, Ja, die haben wir beim Graffiti-Sprühen am Rathaus ertappt. Und wir so, aha, wir waren weder am Rathaus, noch war am nächsten Tag irgendein Graffiti am Rathaus. Und normalerweise, wenn man beim Graffiti-Sprühen erwischt wird, kriegt man auch ein Strafverfahren an Backen. Haben wir auch nie gekriegt. Also das war eine völlig frei erfundene Straftat, die man uns untergeschoben hat, um uns festhalten zu können. Aber das war sehr harmlos und blieb auch nicht bei dieser einen Geschichte. Wir haben jetzt erstmal nichts mehr mitgekriegt. Wir saßen im Keller des Polizeipräsidiums in der Ferniestraße in Gießen und zählten da die Fliesen. Viel mehr kann man da nicht machen, wenn man unter Bindungsgewahrsam ist. Draußen ging es dann trotzdem weiter. Und zwar gab es verschiedenste Aktionen, also unter anderem das, das ist ja auch eine schöne Sache, dass in so zugespitzten Angstsituationen mit Subversion viel zu machen ist, so wurde ein Brief verteilt an die Anwohnerinnen dieses Ortes, wo diese Stadtverordnetenversammlung ist, vom Rechtsamt der Stadt Gießen. Besondere Sicherheitsvorkehrungen während der Stadtverordnetenversammlung konnte man verschiedenste Sachen lesen, zum Beispiel, dass man dort keine Autos und so parken sollte und wenn man welche doch da parken, soll man den Polizei Bescheid sagen, Türen und Fenster geschlossen haben. Und hier ein interessanter Satz, beim Auftauchen von Personen in Polizeiuniformen soll die obige Nummer, das ist die vom Polizeipräsidium, gewählt werden, damit geprüft werden kann, ob es sich um echte Polizeibeamtinnen oder Polizeibeamte handelt. Grund ist, dass Teile der vom Magistrat als gefährlich eingestuften Gruppen bei ihren Aktionen sich in Polizeiuniformen verkleiden. Das war ein sogenanntes Fake. Also auch wieder eine Form der Subversion, eine Fälschung. Man arbeitet mit den Codes, die in dieser Gesellschaft eine durchschlagende Wirkung haben und bringt halt seine eigenen Informationen rüber. Die mussten das dann halt dementieren, das war richtig fett in den Medien halt drin, dieser Brief hat das Ganze nochmal hochgeputscht. Und das Interessante war allerdings auch diese Sache mit diesen Polizeiuniformen. Die ist natürlich interessant, weil stellen Sie viele Leute jetzt als Bewacher da rein, klingelt ständig das Telefon, stellen Sie wenig hin, kann man viele Aktionen machen. Das heißt, du manövrierst die Polizei mit solchen Aktionen in eine Situation, in der sie eigentlich nur noch falsch handeln können. Ist jetzt nicht so bedeutsam, aber vom Prinzip her, was für Möglichkeiten von Subversion du hast. Außerdem wurde hier angekündigt, dass das Rathaus aus Sicherheitsgründen geschlossen werden würde. Das passierte tatsächlich. Also das Fake verwirklichte sich an dieser Stelle. Außergeben gab es am Tag selber eine Menge von Aktionen. Also Teppich ausklopfen, also das hatte dann alles mit den Themen dieser Gefahrenabwehrverordnung zu tun. Das war eine ziemlich rabiate Auseinandersetzung am Eingang. Vor allen Dingen hier sieht man so eine Situation aus dem Eingangsbereich des Rathauses. Also wie es damals war, inzwischen das Rathaus ja abgerissen worden. Fand ich ja ganz gut, aber Sie haben leider ein neues gebaut. Also das ist der Stadtverordnetenvorsteher, der Herr Geil. Ihr werdet merken, dass in Gießen, die haben alle sehr interessante Namen. Also hier steht Herr Geil, neben dem Polizeiführer damals, das ist der Herr Wiese, der ist übrigens von Gießen aus dann zur Polizei nach Fulda gegangen. Also den müsste es hier irgendwo jetzt geben. Und da stehen die und versuchen die Demonstranten und Demonstrantinnen zu beruhigen, was nicht so richtig gelang. Und in diese ganze Auseinandersetzung hinein ist dann der Oberbürgermeister von Gießen hingegangen. Der heißt, auch nicht unpassend, Herr Haumann. Also in jedem Fall hieß er damals so. Und der gab dann eine Erklärung ab, warum es diesen ganzen Polizeiaufriss gab. Und das war ziemlich interessant. Später lasst man nämlich in der Zeitung, was er dort genau sagte. Die Höhe dieser Befürchtungen ist eine Bombendrohung, die uns heute Nachmittag gegen 13.30 Uhr erreichte. Deshalb der ganze Polizeiaufriss und so etwas, damit begründete er das. Und das blieb erst mal so stehen. Und erst mal kümmerte sich da auch kaum jemand drum. Es ging dann diese Stadtverordnetenversammlung, lief dann auch irgendwann mal so durch. Dann gab es noch so eine lustige Auseinandersetzung, weil also die SPD war damals in der Opposition. Opposition ist so ein bisschen für mich jedenfalls Definition. Das sind die, die etwas schlecht finden, was sie hinterher als Regierung selber machen. Und hier fanden die also mehr Polizei jetzt schlecht. Die SPD war ja gerade in der Opposition und zog dann wegen dieser hohen Polizeipräsenz dann theatralisch aus dem Saal, aus Protest. So musste dann das Ganze ohne sie abgestimmt werden, was egal war, weil nur die Zahl der Nein-Stimmen gesunken. Danach gab es dann einen Antrag, mehr Polizeipräsenz in Gießen. Der wurde auch ohne die SPD abgestimmt. Der kam aber von der SPD. Aber die war ja gerade wegen der hohen Polizeipräsenz aus dem Saal gezogen, sodass ihr Antrag zu mehr Polizeipräsenz leider nicht mehr bearbeitet werden konnte mit Ihnen. Das ist Politik. Ein Abgeordneter, der damals noch PDS-heißenden Partei, der witterte aber mal wieder, dass vielleicht irgendwas daran auch nicht stimmt. Und recherchierte. Und drei Monate später, Februar 2003, zwang er den Bürgermeister Haumann dazu, öffentlich einzugestehen, er hat sich die Bombendrohung komplett ausgedacht. Nun ist die Vortauschung von Straftaten ja eine Straftat. Von daher war das Ganze nicht so ohne. Und jetzt gab es ein unglaubliches Geeiere. Zuerst sagte der Herr Haumann, ach, da hat er sich wohl missverständlich ausgedrückt. Da entschied dann dieser Zeitungsartikel mit diesem Satz. Er behauptete nämlich, er wollte sagen, könnte hier auch eine Bombendrohung kommen. Komisch, dass er die Uhrzeit schon wusste. Das musste er dann wohl auch zugeben, dass dieses Originalzitat keine, es könnte ja sein. Und dann hat er als Jurist, ist er natürlich als Spitzenpolitiker ein Jurist, als Jurist eine bemerkenswerte Aussage gemacht. Nämlich, ist ja alles nicht so schlimm, weil die Polizei wusste ja, dass es nicht stimmte. Nun ist mir das neu, dass eine Straftat dann keine Straftat ist, wenn man nicht weiß, dass es eine Straftat ist. Würde für Banküberfälle ja ganz neue Perspektiven eröffnen. Aber in der Tat ist es nie ein Strafverfahren gegen Herrn Haumann eingeleitet worden. Wenn jemand von uns behaupten würde, da kommt eine Bombendrohung oder sonst irgendwas, dann würde das sicherlich anders aussehen. Wir haben aber auch nochmal, weil er hatte ja behauptet, die Polizei hätte gewusst, dass das nicht stimmte. Auch das nochmal überprüft. Ein, jedenfalls die Polizei dachte, ist Journalist aus Berlin, rief bei der Polizei an. Und das ist ein Protokoll, eine Mitschrift dieses Interviews, was da geführt wurde. Und da ich ja Protokolle beliebig fälschen kann, langweilig euch hier heute Abend so gut wie nie mit irgendwelchen Sachen, die wir aufgezeichnet haben, sondern immer schön mit den Sachen von der anderen Seite. Das ist also aus den Polizeiakten die Aufzeichnung von Seiten der Polizei von diesem Gespräch. Und es ist ein Gespräch zwischen einem Journalisten, H. und Günter Voss. Der war damals der Einsatzchef in Gießen. Man muss sich das so vorstellen, das ist hier sicherlich nicht anders. Es gibt so eine Einsatzleitstelle. Da sitzen die und schicken die Streifenwagen irgendwo hin und sagen festnehmen oder nicht festnehmen oder was auch immer. Der Chef ist der Polizeichef vom Dienst. Und da gibt es natürlich mehrere, weil die ja Schichtwechsel haben. Einer war damals Günter Voss. Und mit dem wird jetzt dieses Interview geführt. Und dann wird er gefragt, ob es eine solche Bombendrohung gegeben hat. Und der Einsatzchef von Gießen, ja, sicherlich hat eine Bombendrohung vorgelegen. Ob sie vorgelegen hat, das ist ja die Frage. Und in der Tat, die haben sogar hinterher auch Sprengstoffspürhunde da durchlaufen lassen. Also alles deutet darauf hin, dass auch das von dem Oberbürgermeister noch gelogen war. Haben wir also hier den 12. Dezember mit gleich zwei erfundenen Straftaten, das Graffiti am Rathaus, um Leute einzulochen, und eine Bombendrohung, die es nie gegeben hat, um einen Polizeiansatz zu rechtfertigen. Das ist aber erst der Anfang. Also die Gießener Polizei beginnt zu üben mit fiesen Tricks. Zum Abschluss, die politische Kontroverse auch nochmal gezeigt. Das Ganze halt schon jetzt, als das dann bekannt wurde, das war Februar 2003, wir haben also sechs Monate schon sehr viel politische Auseinandersetzung in Gießen gehabt. Da war das schon relativ hochgeputscht. Und da fand ich auch schon ziemlich interessant, wie die das politisch begleitet haben. Also als klar wurde, er hat sich eine Straftat ausgedacht, und gelogen, das Parlament belogen, die Öffentlichkeit belogen, hat er dann selber seine Stadtverwaltung eine Presseinfo rausgehauen lassen, wo er sich dann selbst zitiert hat. Und das fand ich schon ziemlich interessant, dass ihn in den letzten Tagen sehr viele Menschen auf der Straße angesprochen haben mit dem Tenor, sie haben das richtig gemacht, habe ihn bestärkt. Die Vorwürfe, er habe ein hartes Sicherheitsverständnis, seien für ihn eine Auszeichnung. Und dann Originalzitat, Also vielleicht auch nicht ganz alltäglich, dass ein Bürgermeister einer Stadt ganz offiziell bekannt gibt, dass er Lust und Laune in seiner Stadt definitiv nicht will. Es wurde dann übrigens in Umgekehrten einer der Leitslogans des Gießener Widerstandes gegen diese Gefahrenabwehrverordnung, das hieß dann Lust und Laune statt Law and Order, war dann quasi aus seinem Satz heraus das Gegenteil gebaut. So, jetzt geht weitere Zeit ins Land. Und ich hüpfe jetzt mal so ein bisschen durch ein Jahr, bis ich dann zum nächsten Fallbeispiel komme, wo man sieht, die Gießener Polizei hat ein bisschen geübt und kriegt es dann noch etwas besser hin. Das Jahr blieb, war allerdings ja ziemlich voll von Aktionen, dieses Bemerkens, dieses Bemerkens, dass diese Straftaten ausdenken und dass die Polizei halt kommt und Aktionen kaputt macht, das ist ja jetzt nichts ganz Neues, wer politisch aktiv ist, wird das kennen. Man bereitet mit ganz viel Stress irgendwelche Aktionen vor, dann kommt die Polizei, ihre Personalien bitte und alle machen irgendwas, aber niemand macht mehr die Aktionen und alles war umsonst vorzubereiten. Und dann haben wir gedacht, das wird uns ja ständig passieren, das wollen wir nicht. Und wir entwickelten einen Umgang mit der Polizei, den wir dann irgendwann mal mit diesem Begriff kreative Antirepressionen belegt haben. Die Idee, wir machen unsere Aktionen weiter, wenn die Polizei kommt. Ja, im günstigsten Falle, wir planen sie von vornherein so, dass wenn die Polizei kommt, wir sie mit einbauen in die Aktion. Das ist deshalb ziemlich einfach, weil die Polizei in der Regel ziemlich standardisierte Verhaltensweisen haben. Ihr kennt das, wer da Kontakt hat, kennt ihr das bestimmt. Die kommen dann an und sagen, ihre Personalien bitte. Oder die sind auch so, sie bekommen gleich einen Platzverweis. Oder eigentlich sind sie hier schon fast durch und so der Klassiker ist, wenn sie nicht mehr weiter wissen, ist dann so der Satz, wir können auch anders. Aber damit hat man es ungefähr erfasst, was die so auf der Straße an Kommunikationsfähigkeit zu bieten haben. Das kann man einbauen. Und ein Beispiel, was wir dann zum Beispiel wenige Tage nach dieser Auseinandersetzung, nämlich in den letzten Tagen des Jahres 2002, dann entwickelt hatten, war ein Straßentheater. Wir nannten das Kameragottesdienst. Wir sind zum Gießener Marktplatz gezogen, das ist so eine Rundumkamera. Die sah damals so aus, inzwischen ist der umgebaut. Sieht jetzt mehr aus wie ein Flughafen, der Gießener Marktplatz. Und die Rundumkamera ist da auch noch, aber jetzt an einem anderen Pfosten. Damals war die so, und wir haben das quasi als Altar genommen und haben dann den Sicherheitsgott angebetet und seine Propheten und sowas. Das ging dann so, ich glaube an Roland Koch und so weiter, weil dann so Glaubensbekenntnis oder irgendwelche Chorele, danke für deine guten Bilder und so weiter. Und das sah dann halt, wir sind dann so Schilder noch, da haben wir so eine Prozession noch gemacht durch die Innenstadt, haben dann immer Choreleisoni gesungen und hatten hier so Schilder, selig sind die Friedfertigen, denn ihre Daten werden gelöscht. Oder Jesus sagte seinen Jüngern, ihr sollt nicht Fische, sondern Menschen fangen. Also in Polizei und BGS hieß es damals noch seine Nachfolger. Und das ist hier die Predigt am Marktplatz und dann haben wir halt so die Kamera angebetet. Jetzt kommt die Polizei, wie immer, ne? Fährt vor mit den Autos und wir natürlich hatten ja jetzt überlegt, wir wollen uns deren Aktion nicht mehr kaputt machen. Was also? Polizei steigt aus, geht auf und zu, was machen wir? Wir auch zu ihnen hin, muss man sich jetzt am Marktplatz vorstellen, richtig viele Leute gucken sich das Ganze an, rennen zu ihnen hin, schmeißen uns hin, küssen ihre Füße, ihr seid die Propheten des Sicherheitsgottes, und was auch immer sie machen, legen wir als heilige Handlung aus, wenn die sagen, Personalien bitte, sie reden mit uns, die Heiligen reden mit uns, nehmt uns mit in eure heiligen Hallen, schlagen sie mich, ich wasche mich auch nicht mehr und so weiter und so fort. Ein Theatralik und die Folge in diesem Fall, das ist natürlich nicht jedes Mal gleich, aber in diesem Fall, die Polizei stand, das hat ein oder zwei Minuten gedauert und dann haben sie sich umgedreht, sind zu ihren Autos gerannt und weggefahren und wir hinterher, Halt, bleibt bei uns! Das hat alles nichts genützt, sie waren weg und wir, es war damals ja im Dezember, es gab schon Jahre, da war es im Dezember auch kalt und so haben wir die ganze Aktion dann nochmal in den Karstadt verlegt, da ist ja auch ganz viele Kameras, aber das ist schön warm und sowieso sind so Kaufhäuser oder auch Restaurants oder sowas sehr schöne Orte für politische Aktionen, akustisch sehr gut und man hat einen ziemlich genauen Rahmen von Leuten, die man ansprechen kann und wir haben komplett das gesamte Theater dort nochmal aufgeführt und dann kamen so drei, vier Detektive so runter und zuppelten an uns, wir wussten ja ganz genau, die Polizei wird nicht wiederkommen, haben noch ein paar Durchsagen gemacht, alle Detektive sind jetzt wahrscheinlich hier bei uns und war einfach sehr nett und den Höhepunkt, damit hatten wir ja gar nicht gerechnet, wir hatten das leider, wir übten ja damals noch, Subversion, wir haben das Ganze nicht als wir gemacht, sondern haben für diese Prozession extra eine neue Gruppe gegründet, die Initiative Sicheres Gießen, ISG und haben eine Presseinfo rausgeschickt, wo wir mit ausgedachten Namen, Vorsitzenden und Pressesprecherinnen und sonstiges ganz toll das inszeniert haben, wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass jemand so blöd sein könnte und das nicht schnallen konnte, sonst hätten wir das auch viel besser aufgezogen, also wir waren zum Beispiel so blöd, da haben wir unsere eigene Adresse genommen, so ist es früher oder später auch viel, schade, schade, also ich kann nur empfehlen, also solche Dinge gehen, man glaubt gar nicht, wie blöd diese Welt ist. Am nächsten Tag, das war in einem Samstag, ist im Sonntagmorgen Magazin, das ist so eine Umsonstzeitung, die in jeden Haushalt eingeworfen wird, immer am Sonntagmorgen, war das Titelthema, also auf der Frontseite, der Leitartikel, das hier, diese Zeitung hat sich unglaublich gefreut, dass endlich mal jemand in die andere Richtung geht und sinnvolle politische Aktionen macht, nämlich für mehr Überwachung und wir lesen hier, eine Prozession für die erweiterte Videoüberwachung führte am gestrigen Samstag im Seltersweg die neu gegründete Initiative Sicheres Gießen durch und so weiter und so fort, mit dieser Aktion wollte die Initiative einen klaren Kontrapunkt zu den Protesten gegen die Gefahrenabwehrverordnung setzen, also die haben sich richtig gefreut und dann hier hinten zitiert aus unserer Presseinfo Ziel der Aktion sei es, spirituelle Verbundenheit mit Überwachung, Kontrolle und den Visionen des Innenministers auszudrücken. Diese Zeitung hat nie wieder über uns geschrieben. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, so ging es halt durchs Jahr und im Januar 2006 spitzte sich die Klammer der Polizei mal mehr zu, es kam am zweiten Wochenende des Januars zu einem bemerkenswerten Überfall, das war im Kontext noch mit einer Wahlkampfveranstaltung von Roland Koch, da hatten sie gleich den Gefangenentransporter hingestellt und als wir dann da hinkamen, die war in Grünberg und da hatten sie wohl damit gerechnet, dass wir kommen und haben uns dann alle eingesackt und haben einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt gegen uns, was abgelehnt wurde, weil zu der damaligen Zeit musste die Polizei noch einen Grund reinschreiben, das hatten sie komplett unterlassen und deshalb klappte das nicht mit dem Untersuchungshaft. Dann haben sie uns nochmal eine Schleife bei sich übernachten lassen und gehofft, dass vielleicht, wenn Schichtwechsel bei Richtern und Staatsanwälten, dass es vielleicht dann klappt, also geht alles gar nicht so, sich so zu verhalten, haben sie aber gemacht und als es dann wieder nicht klappt, da haben sie uns immer noch nicht rausgelassen, sondern noch drei Stunden behalten und derweil die Projektwerkstatt überfallen, also dieses Haus, was da steht in Saasen, wo halt so verschiedenste Theaterwerkstatt, Bibliotheken, eine Sabotagewerkstatt, eine Layoutwerkstatt, eine Druckerei, was man so braucht, um politische Aktionen zu machen und da haben sie ja immer geglaubt, dass dort die Sachen so abgeht, sind da also vorbeigekommen, haben gar kein Durchsuchungsbefehl gehabt, sie wollten auch nichts durchsuchen, sondern sie haben komplett die Technik des Hauses abgeräumt. Das ist hier so ein Ausschnitt von den Punkten 24 bis 31, eine endlos lange Liste, man sieht, was sie da alles so mitgenommen haben, vor allem den Kabeln, also was man mit Kabeln so nachweisen will, das Beweismittel ist mir komplett schleierhaft, aber vollkommen egal, also sie haben einfach alles abgeräumt und danach haben sie uns dann wieder freigelassen und als wir dann da ankamen, saßen noch andere Leute am Projektwerkstatt und meinten, tja, dann hier ist nichts mehr. Dann sind wir nach Gießen gefahren, um spontane Aktionen zu machen, das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich mit handgeschriebenen Flugblättern gearbeitet habe, weil Technik hatten wir nicht mehr. Und dann sind wir da durchgegangen, durch den Seltersweg und das war, es gab ja mal Zeiten, da wurde in Hessen ziemlich häufig gewählt, weil die das immer irgendwie hingekriegt haben, dann haben sie neu gewählt. Damals wurde auch ziemlich viel gewählt und da war halt gerade diese Landtagswahl ja, deshalb ja auch der Roland-Koch-Auftritt und jetzt gehen wir da durch den Seltersweg und kommen an verschiedenen Wahlständen vorbei und dann steht da der Wahlstand von der CDU und wer steht da? Volker Bouffier, der Innenminister höchstpersönlich. Da bleiben wir natürlich stehen, sind mit so einem transparenten, Freiheit stirbt mit Sicherheit bewaffnet und ich hatte das Megafon in der Hand und da haben wir natürlich ein paar Takte dazu gesagt, was diese Sicherheitspolitik denn alles so bedeutet und man könnte es ja an den letzten Tagen sehen, gegen wen sich das richtet und es ist inzwischen gerichtsfest, weil es kam dann natürlich zu einem Verfahren hinterher, gegen uns, ist ja klar, aber darin sind alles sauber vermerkt und es ist inzwischen, das ging ja dann bis zum Bundesverfassungsgericht und auch die haben festgestellt, dass Bouffier in dieser Situation, wo er da stand und dann stand man sich so halt verhasst gegenüber, der Polizei gesagt hat, mach das weg. Und die Polizei, wenn der Innenminister das persönlich sagt, die macht das halt weg. Keine Auflösungsverfügung, nicht einfach mal eine Demonstration angreifen und weg. Das sah dann konkret so aus, das ist ein Foto dieser Situation, wo die Polizei unter anderem mich attackiert und ich wurde dann halt wieder mal in Unterbindungsgewahrsam genommen und aus dem Ganzen entwickelte sich ein riesiger Prozess mit lauter Anklagepunkten und sowas, was ich dann im Polizeiauto alles gemacht haben sollte. Natürlich ist diese Hausdurchsuchung, die Beschlagnahme illegal gewesen, das wussten die auch, die haben ja nicht mal einen Durchsuchungsbeschluss gehabt, die haben sich auch gar nicht drum bemüht, das wissen die natürlich und zwei Monate später kriegt man dann auf der nächsten Ebene halt dann auch gesagt, war alles illegal und wir konnten die Rechner dann wieder abholen, aber genau das war ihr Ziel, zwei Monate halt zu versuchen, unsere Arbeitsfähigkeit herunterzusetzen, was zum Glück, dann gibt es halt irgendwelche Leute, die einem dann helfen. Nicht so geklappt hat, aber so geht es halt durch dieses Jahr durch und jetzt gehe ich mal in großen Sprüngen, um zu dem nächsten Fallbeispiel zu nehmen, an einer Station mache ich nochmal Halt, weil die so unglaublich schön ist, finde ich. Es ist August 2003, wir sind inzwischen am überlegen, wie wir mit so subversiven und kreativen Aktionen auch mehr als Einpunktbezüge herstellen können. Kann man mit solchen Aktionen Debatten über gesellschaftliche Utopien in der Fußgängerinnenzone erzielen? Das ist ohnehin immer mein Traum einer Aktion. Ich will eine Aktion machen und dann ist nicht irgendwie alles klar oder ich überlasse der Bild-Zeitung die Interpretationen, sondern am liebsten ist, wir machen in der Fußgängerinnenzone eine Aktion und danach diskutieren alle Leute in kleinen Gruppen, weil es irgendwie so ist, so kommunikativ ist, dass man einfach miteinander reden muss. Und wir überlegten, wie kann man das so mit Utopien machen und haben dann unterschiedlichste Sachen zu Utopien, also quasi das Erzielen, dass richtig so in der Stadt über Utopien diskutiert wird. Und da gab es am 23. August 2003 folgenden Plan. Überall in der Stadt lagen irgendwelche Flyerchen aus, nee, das ist gar keiner, sogar so kleine Flyerchen. Und da stand drauf, dass am 23. August um 14 Uhr alle Herrschaftssymbole in Gießen gesprengt werden. Es lag überall rum und jetzt kam der Tag und überall Polizei, Überraschung, und wir. Da gibt es schöne Fotos, die sind aus der Kamera eines Staatsschützers aufgenommen, aus dessen Kamera sieht man uns da halt jetzt. Das ist jetzt im Seltersweg, da wollten wir losgehen, wir wollten noch ganz andere Sachen machen. Und was sieht man? Wir haben alle Gießkannen in der Hand, um die Herrschaftssymbole zu sprengen. Und so gehen wir los. Wir sind hier bei diesem Bild, bei diesem ersten Bild. Hier ist der Einsatzleiter, die Schulter vom Einsatzleiter Weber und KOK Schmidt. Der Staatsschützer fotografiert das Ganze. Und man sieht, wir gehen da so los, es ist mal wieder ein Wahlkampf, diesmal Oberbürgermeisterin-Wahlkampf in Gießen. Rechts hiervon, ungefähr da, wo dieses Transparent hängt, wäre der Stand der CDU, den kennen wir ja schon, mit unangenehmen Begleitersteinungen. Und deshalb, hier steht der Stand der Grünen, da kandidiert auch eine, die hat auch einen passen Gießener Namen, die heißt Frau Gülle. Und wir gehen, wie man sieht, an diesem Stand einfach so vorbei. Hier sieht man jemanden reden, Frau Gülle ist die, die hinter dem Stand steht und deren Arm man hier sieht. Also wir kennen das Foto auch im Original, aber in den Akten kriegen wir es dann ja immer nur in Schwarz-Weiß. So, wir gehen also dran vorbei. Und was hier leider verdeckt ist, hinter diesem Transparent, ist so ein Aufsteller. So ein Wahlplakat, wo halt der Kopf von Gülle drauf ist. Und als wir da vorbeigehen, gehen mehrere mit der Kanne und gießen da so ein bisschen Wasser drauf. Mit dem Spruch, so, was weiß ich, Herrschaftssprengen, wie auch immer. Das sieht Gülle. Sekunden später ist diese Situation und ab diesem Moment versagt die Kamera des Staatsschützers. Denn noch eine Millisekunde später wird Gülle, die jetzt hier direkt hinter mir steht, während ein zweiter Grüner mit sehr freundlichem Ausdruck die eine Aktivistin von uns angreift. Eine Millisekunde später wird Gülle mir mitten in der Fußgängerzone zur besten Sendezeit voll in die Fresse hauen. Gerichtsfest fliegt meine Brille sechs Meter weit und ist kaputt. Wenn sowas passiert, muss die Polizei natürlich eingreifen. Die kommt auch sofort und nimmt alle Projektwärtsschädler fest, also alle Aktivisten fest. Und KOK Schmidt nimmt Gülle beiseite und erörtert mit ihr das Problem, wie damit jetzt umzugehen ist. Und dann überlegen die sich, naja, ist ja schon ein bisschen doof jetzt irgendwie, ne? Wie kann man das wenigstens besänftigen? Man muss ja irgendwie behaupten, ich hätte sie schwer beleidigt. Es wird sich später herausstellen, zwar, dass Gülle an der Stelle, wo sie sagt, dass ich was Schlimmes über sie gesagt hätte, überhaupt nicht da gewesen ist, also frei erfunden. Aber tatsächlich, es kommt jetzt zu zwei Ermittlungsverfahren. Körperverletzung gegen Gülle, Beleidigung, ich gegen Gülle. Gegen Gülle wird natürlich eingestellt, aus Mangel an öffentlichem Interesse. Ist ja klar. Das gegen mich wird weitergeführt, was ein bisschen absurd ist, weil es ja die gleiche Situation ist. Die hat aber plötzlich öffentliches Interesse und ich werde sogar verurteilt, ich bin rechtskräftig verurteilt, wegen Beleidigung von Frau Gülle. Allerdings weiß niemand, was ich gesagt haben soll. Man weiß auch nicht, wann ich was gesagt haben soll. Aber verurteilt bin ich trotzdem und wir lesen mal das Urteil zu diesem Fall. Die Zeugin räumte selbst ein, den Angeklagten geohrfeigt zu haben. Für eine solche extreme Reaktion muss es Gründe gegeben haben. Für Oberbürgermeisterkandidaten macht es sich schließlich schlecht, wenn sie bei Wahlkampfveranstaltungen grundlos Passanten prügeln. Schließlich wollen sie gewählt werden. Das ist ein original gültiges Urteil eines bundesrepublikanischen Richters. Ja, und so hüppelt das also jetzt so weiter durchs Jahr. Und dann kommen wir irgendwann in den Dezember 2003. Und jetzt kommt wieder ein neues Fallbeispiel. Die Polizei hat jetzt schon ordentlich Zeit gehabt zu üben. Im Dezember 2003 steigt erstmals im größeren Umfang die Gießener Strafjustiz in die Geschichte ein. Es läuft ein Verfahren an. Das soll am 15. Dezember 2003 beginnen. 13 Anklagepunkte gegen zwei angeklagt. Ich war auch dabei. Da gehört zum Beispiel die Beleidigung von Frau Gülle gehörte da mit rein. Und die Auseinandersetzung dort am CDU-Parteistand und eine Menge anderer Geschichten wurden dort angeklagt. Und jetzt denkt die Polizei ja immer, die machen ständig irgendwelche Aktionen. Da müssen wir ja aufpassen. Und wenn wir jetzt noch einen Gerichtsprozess ansagen, dann gibt es bestimmt erst Rechtsaktionen. Also, was macht die Polizei clever, wie sie ist? Sie guckt mal auf dem Terminkalender der Projektwerkstatt vorbei. Schlau, ne? Und da finden sie folgenden Eintrag. So sah das auch auf der Projektwerkstattseite. Aber ich habe die natürlich nicht selber ausgedruckt. Sondern das wiederum ist der Auszug, wie die sich den selber ausgedruckt haben und in ihre Polizeiakte eingeführt haben. Und da kann man lesen am Dienstag, den 9.12. um 22 Uhr am Amtsgericht Gießen Lesungen. Wer vorlesen will, bringt einfach etwas mit. Da wollen sich also Leute treffen und sich Gedichte vorlesen. Das Ganze auf dem Gerichtsgelände in Gießen, das ist nicht besonders schwierig, weil es sich dabei eher um ein parkähnliches Gelände handelt, wo mehrere Fußgängerinnenwege so drüber gehen, die auch bedeutende Verbindungen zwischen der Innenstadt und dem Parkgelände oder so etwas darstellen. Nachts der hellste Punkt ist der Haupteingang zur Staatsanwaltschaft, weil hier ein Weg von der Innenstadt, hier hinten ist die Waldhorstraße, Arbeitsamt und so weiter. Da kann man hier so rüber gehen und geht dann so Richtung Ringallee, wo der Schwimmbad ist oder so ein größerer Parkplatz und da quert ein überdachter Gang, da können die Staatsanwälte und Anwältinnen dann in den Hintereingang vom Amtsgericht gehen und haben so ein Glasdach über sich, damit ihre schönen Ruben nicht irgendwie verknittern. Und da ist so ein riesiger Scheinwerfer und da ist man dann überdacht und an dieser Stelle findet also die Gedichtelesung statt. Nun habt ihr vielleicht auch schon gehört, dass Polizeibeamte und Beamtinnen ja kulturell immer sehr interessiert sind. Das heißt, wenn irgendwo eine Lesung angesagt ist, dann wollen sie da natürlich auch hin. Also tritt dort irgendwann nach kurzer Zeit ein Streifenwagen ein und das ist ein Vermerk von dieser Polizeistreife, also Vermerk ist das, wie die das immer nennen, so Gedächtnisprotokoll heißt das eher so in politischen Zusammenhängen, bei der Polizei heißt das immer Vermerk. Und wir lesen im Rahmen von Objektschutzmaßnahmen, bevor ein Polizeikommissariatsanwärts weiterer Schmitz und ich am 9.12. gegen 22.20 Uhr die Ostanlage in Richtung Marlborstraße. Das ist da hinten. Auf dem Gehweg zwischen Verwaltungskirch und Staatsanwaltschaften merken wir eine Personengruppe. So, so. Jetzt müssen die, um auf das Gelände zu kommen, weil hier diese Eisenpoller sind, hinten rumfahren, einmal so quasi ums Karree, kommen dann über die Ringallee in die Gutfleischstraße, was so die zuführende Straße für die ganzen Gießener Justiz und Knäste sind und von dort können sie auf das Gelände fahren. Das machen sie auch. Als wir wieder am Ausgangspunkt eintrafen, saßen die Personen bereits zu dem Haupteingang zur Staatsanwaltschaft, also hier. Bei der anschließend beabsichtigten Kontrolle befanden sich dort zunächst sechs oder sieben Personen, die Gedichte vorlasen. Ach ja, öffentlich angekündigte Veranstaltung, Flyer gab es, Internet gab, am hellsten Punkt auf diesem Gelände und dann machen die das auch noch, Gedichte vorlesen. Denkt sich die Polizei, ja super, Kulturveranstaltung, was machen sie? Sie organisieren erstmal ihren ganzen Club dahin, Kultur, ne? Durch Polizeikommissariatsanwärterin Schmitz wurden zwischenzeitlich weitere Streifen zum Einsatzort gerufen, bis zu deren Eintreffen erschienen vier weitere Besucher zur Vorlesung. Also die Sache ist eigentlich ganz schön klar und wirkt ungewöhnlich langweilig. Was soll da jetzt eigentlich noch passieren? Kurze Zeit später entsteht dieses Foto einer zu diesem Zeitpunkt noch nicht entdeckten Digitalkameras. Das sind die Leute, die sich Gedichte vorgelesen haben. Sie befinden sich jetzt aber an einer anderen Stelle, nämlich im Keller des Polizeipräsidiums in der Ferniestraße. Das ist der Gang, von dem die Gewahrsamszellen abgehen. Alle Gedichteleserinnen und Leser werden in Polizeigewahrsam genommen und die Polizei stellt einen Antrag, dass sie für sechs Tage eingesperrt werden sollen. Ich war nicht dabei, weil ich kam zu der Lesung etwas zu spät. Ich hatte noch ein Termin in Marburg und als ich dann antraf, war da niemand mehr. Ich bin im Jahr 2003 achtmal in Unterbindungsgewahrsam gewesen. Das heißt, es war jetzt keine Besonnen. Ich musste nicht scharf nachdenken, was wohl passiert sein könnte, sondern fuhr in die Projektwerkstatt und legte mich auch ins Bett, weil ich mir denke, ich schlage mir doch jetzt nicht die Nacht um die Ohren, morgen ist wichtiger. Und morgens dann rief ich bei der Polizei an und fragte, Guten Tag, kann es sein, dass die zwölf Leute mehr sind als sonst? Und die sagten, wir können dazu nichts sagen, rufen Sie mal beim Gericht an. Okay, das war ja auch eine Antwort. Und beim Gericht erfuhr ich dann, die haben diesen Antrag gestellt, auf Unterbindungsgewahrsam, aber für sowas müssen sie, das hatte ich bei diesem komischen Graffiti im Rathaus ja schon erklärt, sie müssen immer einen Grund anfügen und es ist in Deutschland noch nicht wieder so weit, dass man durch das Verlesen von Gedichten schon eine strafbare Handlung vollzieht. Also musste was anderes her. Jetzt bereiteten wir verschiedene Aktionen vor und ich beobachtete, was die Polizei nach außen geben würde und in der Tat jeden Werktag zwischen 13 und 15 Uhr veröffentlicht die Polizei Mittelhessen, also das Polizeipräsidium in Gießen, was sie alles Tolles an dem Tag und davor gemacht haben. Das ist sehr interessant zu lesen, weil damit kriegt man so richtig mit, warum wir unbedingt die Polizei brauchen. Also jeden zweiten Tag eine Abschiebung und also diese wichtigen Dinge, die in dieser Gesellschaft die Polizei verrichtet. Die sind da immer, also es ist wirklich so eine, also man braucht da gar kein Politbuch gegen die Polizei mehr zuzuschreiben, weil deren Zusammenstellung, was die machen, eigentlich schon klar macht, wofür die da sind. Und so war es auch an diesem Tag. 14.43 Uhr kommt deren gesammelte Presseinfos und ich lese erstaunt wegen beabsichtigten Farbschmierereien Aktivisten im Gewahrsam. Zählen konnten sie auch nicht, aber egal. Am Dienstag, dem 9.12. gegen 22.15 Uhr wurden zwölf Aktivisten am Eingang des Gebäudes der Staatsanwaltschaft Gießen in der Marburger Straße angetroffen. Diese Gruppe hatte offensichtlich die Absicht, Farbschmierereien zu begehen, da entsprechende Utensilien mitgeführt wurden. Das haben sie also versucht. Der Unterbindungsgewahrsamsantrag ging trotzdem nicht durch, weil sie einen taktischen Fehler gemacht haben, denn diesen Text hatten sie offensichtlich schon vorher geschrieben, was zu dem Fehler führte, dass dort ein Satz drin stand, der meine Person erwähnte und dem Richtern aber auffiel, dass ich ja gar nicht dabei war bei den Verhafteten und offensichtlich sie das schon vorher geschrieben hatten. Jedenfalls ging es nicht durch, sodass die Leute dann am Abend nach 24 Stunden unter Bindungsgewahrsam oder knapp 24 Stunden dann dort in der Fernichtstraße wieder entlassen werden mussten. Jetzt war das die erste Aktion allerdings, die bei uns zu etwas Neuem führte. Nachdem ja nun mehrfach vorkam, dass die halt irgendwelche Sachen sich ausdachten, war das das erste Mal, dass wir überlegt haben, das kann ja nicht so weitergehen, wir müssen uns irgendwie wehren dagegen und wir begannen mit dieser Hand, mit diesem Vorgang erstmals genauer hinzugucken, zu recherchieren, uns Akten anzugucken und so weiter. Das sollte in der Zukunft noch häufiger passieren, was ja zu weiteren Sachen führte. Wie kommt man an Akten ran? Das ist ja gar nicht so einfach, also du kommst an Akten ran, wenn du selber angezeigt wirst, also als Angeklagte oder Angeklagter. Da hast du eine relativ starke Stellung im Strafprozess, wir machen ja auch so Trainings, wie man sich vor Gericht gut verteidigen kann selber, das kriegt man gut hin, wenn man aber jetzt selber gar nicht angeklagt wird, die könnten die jetzt natürlich anklagen wegen einem versuchten Farbanschlag, aber das werden sie wohl nicht tun, weil den haben sie ja nur gebraucht, um die unter Bindungsgewahrsam zu nehmen, sie wollen ja ihre eigene Peinlichkeit nicht aufrollen. Was machen wir? Wir stellen Strafanzeigen gegen die. Das ist jetzt erstmal nicht so besonders überzeugend, sowieso mit dem Problem behaftet, dass man damit selber das Strafsystem legitimiert, also ich mache immer Strafanzeigen, schreibe dann darüber, darunter, PS, das soll nicht darauf hinweisen, dass ich irgendwie Strafe für sinnvoll halte oder sowas, tue ich nicht, auch ein Polizist wird nicht besser, wenn er im Knast sitzt. Aber zu was führt diese Strafanzeige? Sie führt dazu, dass eine Akte überhaupt entsteht, die ich später einsehen kann. Einsehen darf ich sie aber immer noch nicht, weil ich bin ja quasi Zeuge. Als Opfer bist du Zeuge oder Zeugin und die Position eines Zeugen oder einer Zeugin ist die übelste vor Gericht. Also es gibt eigentlich keine schlechtere Position als die, das sollte man sich also immer gut überlegen, irgendwelche Leute anzuzeigen. Hier war es aber ja klar, es wird zu diesem Verfahren nicht kommen, wenn ich Polizisten anzeige, dann kommt es zu keinem Verfahren, sondern es entsteht die Akte. Dann kriege ich irgendwann einen Brief von der Staatsanwaltschaft, ja, nee, wir haben das alles geprüft, die Polizei hat vollkommen korrekt gehandelt. Das müssen Sie auch nicht neu formulieren, das haben Sie sicherlich als Textbaustein auf dem Computer liegen. Dann kann man Beschwerde beim Generalstaatsanwalt, beim Oberlandesgericht hier in Frankfurt oder in anderen Ländern halt irgendein anderes Oberlandesgericht, einlegen und der wird genau sich alles angucken und zu dem gleichen Ergebnis kommen. Und dann kann man einen Antrag auf gerichtlichen Entscheid beim Oberlandesgericht machen. Das verliert man natürlich auch, dafür sind Gerichte da. Aber jetzt ist was Interessantes. In diesem Moment handelt es sich um wenige Tage um ein Verfahren vor Gericht. Und da habe ich Akteneinsicht. Nur aus diesem Grunde zettelt man das Ganze an. Und so auch hier. Die stellten also jetzt eine Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung, übler Nachrede. Es gab ja diese Presseinfo und so weiter. Und das Erste, was dann passieren musste, eine Akte einlegen und die Polizei musste jetzt ihre eigene Version überhaupt mal da reinschreiben. Das tat sie am 27. Mai 2004. Also ungefähr ein halbes Jahr später schreibt die Polizei, wie aus ihrer Sicht das alles abgelaufen ist. Und jetzt wird es ziemlich interessant. Wir waren ja bei einer Lesung, die zu einem versuchten Farbanschlag umdefiniert wurde. Jetzt gehen die Updates weiter. Entgegen ihren anderslautenden Ausführungen, da geht es auch immer noch darum, dass irgendwelche Utensilien für Farbanschläge beschlagnahmt wurden, obwohl gar nichts beschlagnahmt wurde, außer Gedichtezettel. Entgegen ihren anderslautenden Ausführungen in ihrem Schreiben, es sei bei den in Gewahrsam genommenen Personen keine Utensilien zur Farbveränderung von Gerichtsgebäuden gefunden worden, konnte ein Chemikalienbehälter sichergestellt werden, den sie versuchten, während die Beamten ihre Personalausweise kontrollierten, vor den Beamten zu verdecken. Man erinnert sich, die Beamten selber haben noch in ihren Vermerken von einer Lesung gesprochen. Jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. An diesem Behälter befanden sich Farbanhaftungen in der gleichen roten Farbe, mit welcher zuvor bereits mehrere öffentliche Gebäude, zuletzt das Gebäude der Staatsanwaltschaft Gießen, sowie das Amtsgericht Gebäude in der Nacht vom 3.12. großflächig beschmiert worden waren. Die Gedichtelesung findet am 9.12. statt. Jetzt diesen Behälter, wir wissen nicht, ob das ein Eimer ist oder ein Kanister, das steht hier nicht. Aber wie stelle ich mir den vor? Hier wird behauptet, das sind Farbanhaftungen von der gleichen roten Farbe, mit der zuvor mehrere öffentliche Gebäude, zuletzt das Gebäude scheint sich also über Tage oder über Wochen zu strecken und das Letzte ist auch schon sechs Tage her, also das ist vielleicht so wie jemand mit einem Wohnwagen durch die Welt zieht und überall wo er ist, Teneriffa und Norwegen so einen Aufkleber hinten drauf macht, sammelt da jemand auf einem Behälter Farbtupfer von allen Farbanschlägen, die er oder sie da so macht. Also dass es so einen Behälter geben könnte, ist schon ziemlich schwierig, das überhaupt sich vorzustellen, aber es wird noch besser. In dem Behälter fand sich eine helle, scharfriechende Flüssigkeit, die von Polizeihauptkommissar Fritz als Terpentin oder Waschbenzin eingeordnet wurde. Auf dem Behälter befand sich ein Warnhinweis, der den Inhalt als gesundheitsgefährdend auswies. Durch das Landeskriminalamt Wiesbaden wurde zwischenzeitlich bestätigt, dass es sich bei dem Lösungsmittel, dass es sich um ein Lösungsmittel handelt, welches zur Herstellung eines Brandsatzes geeignet ist. Der Fund des Chemikalienbehalters führte bei PHK Fritz, der war mit vor Ort und sah dort eine Lesung nach seinem Vermerk, zu der Annahme, dass hiermit ein Brandanschlag auf die Justizgebäude verübt werden sollte und dieser unmittelbar bevorstand. Wie stelle ich mir diese Situation so vor? Da sind irgendwelche Leute mit lodernden Molotow-Cocktails und dann kommt diese total tolle Gießener Polizei und verhindert das. Das wäre wohl das beste 129a, also terroristische Vereinigungsverfahren, was in Deutschland in den letzten 20 Jahren gelaufen wäre, aber es kam zu keiner einzigen Anzeige gegen irgendjemanden Beteiligten, obwohl hier ja steht, dass die das abfackeln wollten. Das alleine beweist wohl schon, dass es das Blaue vom Himmel heruntergelogen ist mit dieser ganzen Story. So, dann entsteht halt diese Akte und jetzt geht es durch sie in Zanzen durch und dann kommen noch so ein paar amüsierende Fakten so dazu. Das ist ja dieses Schöne dann in den Akten, dass man das wie Puzzlesteine dann so zusammenkriegt. Als erstes kommt die Einstellung von der Staatsanwaltschaft Gießen. Die beschreibt jetzt, warum es richtig war, die in Unterbindungsgewahrsam zu nehmen, weil die sind ganz schön gefährlich. Warum? Die Zusammensetzung der Personengruppe, ihr Gesamteindruck, die Flugblätter, das waren diese Gesichteszettel, die Farbanhaftungen an den Hosen und der Behälter, den macht er sich jetzt auch zeigen, ließen darauf schließen, dass die Personengruppe geplant hat, in dieser Nacht erneut Farbe auf den Justizgebäuden anzubringen oder sogar einen Brandanschlag durchzuführen. Die legen sich mal lieber nicht fest, das ist immer gut, es sind zwar irgendwie zwei ganz unterschiedliche Sachen, aber egal. Dann geht das zum Oberstaatsanwalt und der lehnt das Verfahren auch ab, aber der klärt jetzt wenigstens, was ist denn da beschlagnahmt worden, mit dem man Brandanschläge oder Farbanschläge machen kann. Was unter Utensilien zu verstehen ist, ergibt sich im Übrigen aus anderen Stellen in dem vorgenannten Bescheid, nämlich Farbanhaftungen an den Kleidern beziehungsweise an einem Gefäß. Mit einem Farbfleck auf der Hose kann ich also einen Brandanschlag machen. Also wer jetzt so irgendwie beabsichtigt, Maler oder Malerin zu werden, stößt dort möglicherweise auf ein großes Problem bei zukünftigen Polizeikontrollen. Also das ist hier, wir sind jetzt auf der höchsten Ebene hessischer Ermittlungsbehörden, die einen derartigen Turbo-Unsinn behaupten. So, damit war es dann irgendwann zu Ende, aber wenn man jetzt lauter Akten sich zieht, stößt man manchmal noch auf nette Zugaben und so fanden wir zu diesem Fall in einer ganz anderen Akte von einem anderen Fall auch nochmal etwas. Nämlich der Staatsschutzbeamte Broers, der war in der Zeit zuständig für uns, also im Staatsschutz ist immer irgendjemand für uns zuständig, normalerweise ist das die Frau Kowski, aber die hatten sie in Zusatzschulung geschickt, weil die auch nicht klarkamen mit der Situation. So war es eine Zeit lang Herr Broers. Und der schiebt jetzt in einer ganz anderen Akte nochmal etwas zu diesem Gefäß. Und jetzt lesen wir endlich, was es für ein Gefäß ist und dass es das sogar gibt. Nämlich, eine Untersuchung des Gefäßes beim hessischen Landeskriminalamt kam zu dem Ergebnis, dass es sich um einen Eimer handelte. Das sind schlaue Leute da im Klicka. Indem eine Kunststoffflasche lag. Das ist also der mögliche Brandsatz. Wer sich mit Molotow-Cocktails auskennt, muss man nicht. Hat aber auch Vorteile, weil wenn man es doch mal will, sollte man es auch können. Aber wer sich mit sowas auskennt, weiß, eine Kunststoffflasche als Molotow-Cocktail ist eine erstaunlich umweltfreundliche Variante. Man kann die mehrfach benutzen. Die geht nämlich nicht kaputt. Also es ist schon davon vollkommen ausgeschlossen, dass es sich um einen Brandsatz gehandelt haben könnte. Dann waren da ja auch diese Farbreste und jetzt macht Herr Brors einen witzigen Satz. Die angesprochenen Farbreste, von denen, die ja schon erkannt hatten, von wo die überall stammen, konnten beim hessischen Landeskriminalamt nicht mehr festgestellt werden. Die schicken dieses Beweisstück also gießen los und dann kommt es in Wiesbaden an und ist wieder sauber. Denkt sich Brors natürlich auch, ein bisschen peinlich ist das schon. Wir brauchen eine Begründung und er macht die. Grund hierfür dürfte sein, dass es sich bei dem Inhalt um Graffiti-Entferner handelt. Ja, das glaube ich dann auch, dass wenn in in einer Kunststoffflasche Graffiti-Entferner ist, dass dann die Farbflächen außen am Eimer, also Farbfleck Willi sagt dann so Farbfleck Ernst, hast du gesehen, da drinnen ist Graffiti-Entferner, lass mal lieber abhauen, dass die dann einfach weg sind. Aber durch diese Bemerkung haben wir dann ersehen, ach, das war Graffiti-Entferner und in der Tat konnten wir dann an den Akten nachvollziehen, es handelte sich um die Flasche der Firma, die dieses Gebäude nach dem 3.12. wieder sauber gemacht hatte und die hatte die Polizei in lustiger Vorgang irgendwann mal bei einer Razzia auf diesem Gelände gefunden und gedacht, super, da ist ja die Farbe dran von diesem Wand, das ist ein super Spurenträger, hatten den zu sich hingeschleppt, hatten dann irgendwann einen Anruf aus dem Knast gekriegt, da ist ja Zwangsarbeit erlaubt, also mussten das Leute aus dem Knast wieder sauber machen und dann waren sie ganz enttäuscht, dass es doch kein Spurenträger ist, aber haben sich dann wahrscheinlich gedacht, vielleicht können wir das nochmal irgendwie anders verwerten und so wurde aus einer Gedichtelesung ein Brandanschlag. Also man sieht, die haben ordentlich geübt und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das so weiter gegangen wäre, aber leider ist es nicht so weiter gegangen, also auch unsere intensive Aktionsphase ist so nicht endlos weitergegangen, einige Leute sind weggezogen und so etwas und dann wurde es halt weniger und so beruhigte sich das Ganze, außer dass die noch ewig lange Polizei und Justiz sich an uns weiter abgearbeitet haben, das heißt quasi diese ganzen Prozesse und so was die dann durch die Jahre liefen haben das Ganze noch immer so weiter am Köcheln gehalten und natürlich verschiedenste Einzelaktionen die es dann auch immer noch gab und dazu gehört dann und da sieht man dann eben doch die Polizei hat geübt der berühmteste Fall die absurdeste Begegnung der zwischen uns und der Gießener Polizei jener Fall der inzwischen etwas bekannter geworden ist weil er den Innenminister etwas eingeholt hat das ist dieser 14. Mai 2006 mein abschließender absurdester Fall jetzt kommt wirklich einiges an Know-how zusammen mein Vorschlag aber wir machen eine Halbzeitpause und gehen dann in das sogenannte Federbeispiel 14. Mai 2006 also wie gesagt zu diesem Zeitpunkt war eigentlich in Gießen das schon ein bisschen runter es gab immer noch mal so Einzelaktionen die die nervten und eben diese ganze juristische Aufarbeitung der Hintergrund vom 14. März ich muss ein bisschen aufzuholen damit man weiß warum dieser 14. Mai eine solche Rolle spielte das hat etwas zu tun dass ja in irgendwie ist ja jedes Gebäude gleich wichtig aber manche sind etwas gleicher als andere dazu gehörte dieses Gebäude die sind inzwischen umgezogen damals war das in der Nordanlage 37 in Gießen das ist eine Rechtsanswaltskanzlei da sitzen also Rechtsanwälte ich kann jetzt hier mal im rein männlichen Sprachjargon bleiben weil was anderes hatten die da zu dem Zeitpunkt noch nicht reingelassen bemerkenswert an dieser Rechtsanwaltskanzlei war dass dort zwei deutsche Innenminister ihren Sitz hatten das ist schon gar nicht so schlecht und zwar einmal das wird nicht so überraschen der damalige hessische Innenminister Volker Bouffier und auch der damalige thüringische Innenminister Karl-Heinz Gasser ist aber eigentlich auch wieder nicht so überraschend wenn man sich angeguckt hat wie die Beerdigung der DDR stattfand da haben sich ja verschiedene Westbundesländer die Ostbundesländer vorgeknüpft Thüringen wurde halt von Hessen quasi erobert also alle Funktionäre von von was weiß ich Landespolizeipräsidium bis Linkspartei oder sowas sind alles Leute aus Hessen und so ist es nicht so überraschend dass der Anwaltskonsul vom hessischen Innenminister also der thüringische Innenminister wird nun ist der thüringische Innenminister auch nicht so ganz zart beseidet und auch dessen Polizei macht seltsame Dinge vielleicht mal drei Beispiele dafür was in Thüringen so alles an Seltsamkeiten passiert da war zum Beispiel mal ein Fall dass zwei Leute die kamen von einer Party der einen mindestens der eine der dann untersucht wurde hatte auch so ein Party Drogencocktail in sich also das wurde dann hinterher überprüft und dann gingen die so durch die Nacht kamen an einen Zigarettenautomaten und der wollte sich da als Zigaretten ziehen und warf damals war es noch D-Mark fünf Mark da ein und kriegt aber keine Zigaretten fand dass das irgendwie blöd war da gibt es also mehrere Zeuginnen und Zeugen aus der Nachbarschaft und sowas dann hat er dagegen gehauen und dagegen getreten das war relativ laut was machen diese Leute man redet ja in diesem Land nicht miteinander man ruft die Polizei kommt also die Polizei was jetzt genau passiert ist darüber gibt es unterschiedliche Sichtweisen das Ergebnis ist klar der Mensch ist tot erschossen durch die Polizei die Leiche ist doch gar nicht abtransportiert da verkümmelt die Staatsanwaltschaft schon ganz klarer Fall von Notwehr dazu brauchen die nie recherchieren angesichts der Schussbahn von diesem Projektil irgendwann hat mich der Vater von dem mal angerufen ob ich das mal ein bisschen mir genauer angucke das war es allerdings schon Jahre her aber der kriegte das so mit wie ich mit Akten und so umgehe die Schussbahn von diesem Projektil war der Einschlag war über dem Steißbein dann diagonal durch den Körper zerfetzt die Aorta und bleibt unter dem Schlüsselbein stecken das ist eine Schussbahn die nur entstehen kann wenn diese Person so vor der Polizei stand wie ich jetzt vor euch stehe oder sogar auf der Erde gelegen hat da ist der Notwehr also man muss schon mal ein bisschen genauer hingucken vielleicht aber das dafür das war halt jemand die waren halt auf einer Party das interessiert auch keine Sau dieser Fall hat überhaupt niemanden interessiert es ist sowieso so Polizei tötet und verletzt sehr sehr häufig Leute das interessiert normalerweise niemanden es interessiert eigentlich immer nur dann wenn irgendwas Spektakuläres noch da so reinkommt das war in dem zweiten Fall auch aus Thüringen auch in der Region Nordhausen darf ich schnell fragen was hat das mit der Anwaltsklanzlei zu tun der Automat der zuständige Innenminister sitzt hier der zuständige Innenminister der dafür sorgt dass da die Polizei so handelt also hier sitzt Dr. Karl-Heinz Gasser der Innenminister von Thüringen aber den schwenkt zurück kriege ich gleich zweiter Fall ein also der zweite Fall ist wesentlich bekannter geworden und zwar deshalb weil es eingebunden war in einen Kontext in so einer Art Medienhype das ist ja manchmal so dass irgendetwas so ein Thema wird Boris Becker heiratet oder irgendwie so diese wichtigen Dinge des Lebens so gab es einmal eine Geschichte das wird ja auch häufiger macht man das mit irgendwelchen sogenannten Schwerkriminellen auf alle Schlagzeilen bringt damit wir denken dass Kriminalität im Dunkeln und zwischen sich nicht bekennenden Leuten stattfindet und ganz viel gemordet wird und so das stimmt zwar nicht also die Kriminalitätsschatistigen sagen alle das genaue Gegenteil aus und fast alle Gewalttaten finden zwischen Leuten statt die sich kennen von daher wenn man da was machen soll wenn man Angst hat sollte man vielleicht lieber in dunkle Wälder gehen und weniger in Diskotheken aber damit wir so ein bisschen weich im Kopf werden für die Überwachungsmethoden dieser Gesellschaft müssen wir glauben dass der Wald gefährlich ist so und deshalb jagt man ab und zu mal so irgendwelche Horrorgeschichten durchs Land und da gab es mal eine auch schon weilchen her vielleicht können Sie sogar einige erinnern das war jemand der galt als Frauenmörder mag ja sein ich kenne den nicht weiter der hieß Dieter Zurweme und der war dann ausgerissen und galt als gefährlich und bewaffnet und rannte so durch die Republik und alle waren völlig kirre und überall hing dessen Fahndungsbild und Aktenzeichen XY machte eine Sondersendung nach der anderen und das Ergebnis falls hier Polizisten unter uns sind die können das sicherlich bestätigen das Ergebnis von sowas ist überall rufen Leute an und sagen der ist hier gerade vorbeigegangen also wenn jetzt gerade nach Dieter Zurweme gefahndet würde würde sicher irgendjemand im Raum hier in Verdacht kommen Dieter Zurweme zu sein den sehen dann alle ständig das ist ja auch wer Aktenzeichen XY sich schon mal angeguckt hat diese Propagandasendung gefühlter Kriminalität am Ende gibt es immer ganz tausende von Anrufen das sind diese absurden Anrufe von allen Leuten die das immer sehen die immer genau dem Täter begegnen das ist natürlich totaler Unsinn und so gab es bei Dieter Zurweme auch ganz viele die den jetzt entdeckt hatten weil es war überall seine Plakate also sieht man den auch überall so war es auch in Nordthüringen in einer Pension der Pensionswirt rief da an bei der Polizei und sagte Dieter Zurweme hat bei mir ein Flitz Zimmer genommen nun rufen da so viele an dass sie nicht jedes Mal ein Sondereinsatzkommando dahin schicken können was sie tun würden wenn es wirklich Dieter Zurweme ist also schicken sie eine normale Streifenpolizei dahin und die geht jetzt durch diese Pension durch und klopft an dem Zimmer von möglicherweise Dieter Zurweme geht also der Mensch auf der anderen Seite tut jetzt etwas was recht nachvollziehbar ist geht zur Tür und macht die auf die Polizei davor ist sich jetzt wohl am überlegen was ist eigentlich wenn das wirklich Dieter Zurweme ist und er jetzt mit seiner AK 47 da steht und uns niederplättet naja und vor lauter Angst als die Tür aufgeht haben beide schon so die Knarre in der Hand und der eine schießt sofort daraufhin macht möglicherweise Dieter Zurweme etwas was wieder ganz nachvollziehbar ist macht die Tür wieder zu der zweite Polizist der ja auch so der Stand hat eine ziemlich lange Leitung er schießt erst als die Tür schon zu geht diese Kugel durchschlägt die Tür und jetzt geht die Tür zu hat ein Loch und die haben beide einmal geschossen und möglicherweise Dieter Zurweme ist da jetzt drin man kann nicht sehen was passiert ist und die denken sich jetzt vielleicht haben wir ihn gar nicht getroffen da holt er jetzt seinen Leopardpanzer und macht uns alle und vor lauter Panik laufen sie davon vier Stunden später kommt ein Kommando der Sondereinsatzkommando und betritt dieses Haus wie man das so gewöhnt ist also die haben glaube ich noch nie die Funktion von Türklinken erklärt bekommen und stürmen in dieses Zimmer und finden den Rentner Friedhelm Beate aus Wuppertal angeschossen und in der Zwischenzeit jämmerlich verblutet der war gerade in Rente gegangen und hatte sich gewünscht einmal quer durch Deutschland zu wandern bis zum Küffhäuser ist er gekommen und dann wurde er mit Dieter Zurweme verwechselt der Staatsanwalt hat sofort gesagt Notwehr ist ja klar nicht das ist ja in deren Text Computer die haben sich dann auch rührend um diese beiden Polizisten gekümmert die meines Erachtens mit ihrer Handlung ganz klar den Straftatbestand des Mordes erfüllt haben denn an eine Tür zu klopfen sich öffnen zu lassen und dann zu schießen erfüllt alle Kriterien des Hinterhältigen da würde niemand ohne aber die sind noch nicht mal verhört worden die sind in psychologische Betreuung genommen worden derweil man sich um die Angehörigen von Friedhelm Beate überhaupt nicht gekümmert hat seine Frau kam an dem Vormittag vom Einkaufen zurück und sah vor ihrer Wohnung ein Heer von Übertragungswagen mit Satellitenschüsseln und so weiter denn das Ganze war ja jetzt eingebettet in diesen Medien halb um Dieter Zurweme sonst hätte sich niemand für Friedhelm Beate interessiert und fragte die hä was stehen sie denn hier rum und die Journalisten sagten oh sie wissen doch gar nicht dass ihr Mann mit Dieter Zurweme verwechselt wurde und erschossen wurde nö das fand die Polizei ziemlich uninteressant sich da mal drum zu kümmern sie haben sich lieber um ihre so meines Erachtens strafrechtlich Mörder gekümmert also Fall dieser Fall war dann so bekannt allerdings dass man den nicht einfach versickern lassen konnte und so zettelten die gab es ein Strafverfahren gegen die weil eigentlich ist ja ziemlich klar meines Erachtens eben klar Mord und auf jeden Fall auch unterlassene Hilfeleistung als sie weggelaufen sind und jetzt stand das vor Gericht und jetzt mussten sie sich was ausdenken und das ist ein da sieht man halt was Gerichte Justiz ist also wie Gerichte arbeiten die arbeiten halt daran bestimmte Leute zu bestrafen sieht man in den Knisten wer da sitzt und bestimmte Leute reinzuwaschen und das war mit allen Mitteln unter anderem gab es dort ein unglaublich berühmtes polizeipsychologisches Gutachten nämlich freigesprochen wurden diese beiden Polizisten nach diesem Gutachten und darin ist zu lesen dass sich bei Polizeibeamten in Erregungssituationen unbemerkt der Zeigefinger krümmen kann warum das bei anderen Leuten nicht der Fall ist habe ich bis heute nicht verstanden und was ich habe auch nicht verstanden die eigentlich sinnvolle Reaktion wäre ja alle Polizisten sofort zu entwaffnen denn einen Zeigefinger haben die alle ist aber übrigens etwas wenn ich heutzutage vor Gericht stehe und da kommt ein Polizist als Zeuge beantrage ich ihn immer dass er entweder seine Waffe oder seinen Zeigefinger draußen lassen muss beides zusammen kommt hier nicht rein dritter Fall Bambule Demo in Hamburg also so ein Wagenplatz Räumung vor einigen Jahren das waren ja immer so ein bisschen so Festspiele der Straßenschlacht wo dann viele auch hingefahren sind dieses Spaßes darunter auch eine Truppe der Zürichische Bereitschaftspolizei auch ein Vorgang der eine gewisse Bekanntheit bekommen hat die haben nämlich das was gemacht was sie gerne machen knüppelten ordentlich in diese Demo rein das interessiert normalerweise keine Sau außer man erwischt halt irgendwelche Leute die besonders nach Demonstrant aussehen nämlich Angestellte der schleswig-holsteinischen Zivilpolizei in Demonstrantenuniform sind und die haben sie ordentlich zusammengeknüppelt obwohl die ein sehr seltsames Codewort gerufen haben und die waren dann so sauer und haben die angezeigt und so kam es zu einem Verfahren und jetzt kam es zu einer ganzen Menge weiterer Geschichten also das ist inzwischen auch völlig geklärt es gab Anweisungen aus dem Landespolizeipräsidium zu Falschaussagen und so weiter um diese Leute zu decken also der Skandal weitete sich doch aus und das liegt alles in irgendeiner Weise immer in dem Verantwortungsbereich von dem Innenminister in Thüringen der hier seinen Sitz hat und die Anwälte die diese Polizisten verteidigt haben das waren die weiteren Anwälte aus diesem Haus also das hat wohl irgendwie ein schon etwas Besonderes dieses Haus und so und jetzt komme ich da zurück kam es Anfang Mai zu Aktivitäten von denen die erste die Polizei nicht mal richtig einsortieren kann wann die genau gewesen ist nämlich unbekannte Leute tünchten das Haus in Farbe und thematisierten dort vor allen Dingen diese Geschehnisse in Thüringen dass hier zwei Innenminister ihre Kanzlei haben und dass die Polizeimörder decken und so weiter und so fort das war mit Farbbeuteln dann noch beworfen worden und ist weit was gemacht worden man musste so Aktionen nicht gut finden das passiert auf jeden Fall es war noch eine sehr filigrane Aktionstechnologie gemacht worden das hat jedenfalls die Polizei dann bekannt gegeben in die Eingangstür ist ein Loch gebohrt worden und durch dieses Loch dann Stinkeflüssigkeit ins Innere geleitet worden also ich fand dass das auch eine Beschreibung war die man sich merken kann das passierte und am Folgetag kam ein smartes Pärchen des Landeskriminalamtes in der Projektwerkstatt vorbei und sagte guten Tag wir sind vom Innenminister angerufen und sollen mal hier vorbeikommen wieso gerade hier ja das haben sie auch nicht verstanden der hat gesagt gleich in die Projektwerkstatt fahren und dann sagten die noch einen Satz kann ich mich noch gut erinnern sie hätten dem Minister empfohlen einmal Alpina Weiß zu kaufen und das Haus neu zu streichen offensichtlich waren die selber verwirrt da gibt es dann noch später mehrere Akteneinträge drüber dass obwohl ein simples Graffiti hier das Landeskriminalamt aktiv werden sollte aber gut die sind dann wieder gefahren ob sie irgendwas anderes da noch gemacht haben wissen wir nicht weil auf der Ebene Landeskriminalamt kann natürlich jetzt auch mal irgendwelche Leute mit einem gewissen Know-how in Fahndungen oder sowas unterwegs sein keine Ahnung es passierte aber nichts in der Tat das Haus wurde weiß gestrichen ob mit einer Farbe der Firma Alpina das wissen wir nicht und dann wahrscheinlich wäre alles zerlaufen wenn nicht am 8. Mai etwas Interessantes passiert wäre nämlich dieselben oder andere ich habe keine Ahnung oder will es jetzt nicht sagen aber vielleicht weiß ich es auch wirklich nicht attackierten das Haus nochmal jetzt wurden die Scheiben eingeworfen danach sah das so aus also man sieht jetzt hier so diese Neustreichversuche und jetzt sind die Fenster noch zu und wieder neue Farbbeutel dran irgendwie sah das Ganze aus wie so ein Haus das könnte man jetzt mal langsam besetzen weil das scheint leer zu sein und ein Erbruch wurde zu sein so niemand weiß wer das war oder jedenfalls gibt es keine Akten die auf irgendetwas hinweisen aber jetzt passiert etwas und zwar etwas was ich euch jetzt erzählen muss aber ihr müsst euch in die Lage hineinversetzen dass wir davon keine Schimmer hatten es kommt wie wir inzwischen wissen am Folgetag zu einem Spitzentreffen im Landespolizeipräsidium das sitzt in dem gleichen Gebäude das ist das gleiche wie das Innenministerium also das ist räumlich nicht getrennt das wissen wir erst seit sehr kurzem es kommen jetzt sowieso einige Einblendungen aus sehr sehr neuen Akten die wir erst in den letzten Monaten in die Hand bekommen haben das hier gehört dazu das ist ein vermerktes damaligen Landespolizeipräsidenten Nedela der von dieser Geschichte sprach und zwar dass am 9.05. ein Treffen im Landespolizeipräsidium abgehalten wurde über das wurden keinerlei Aufzeichnungen gefertigt und es waren dabei Landespolizeipräsidenten Nedela der Inspekteur der Polizei Münch das ist so der Verbindungsmann zum Innenminister und heute der Landespolizeipräsident der Präsident des LKA Reich der Präsident des Hessischen Staatsschutzes Stiller der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen der nur deshalb kam weil der Präsident gerade in Urlaub war also eine hochkarätigste Besetzung und das Ergebnis von diesen es gibt hierüber keine Aufzeichnung aber wir wissen ja was dann passierte nämlich am gleichen Tag schickt die Staatsanwaltschaft Gießen einen Brief raus der als Provokation gelten sollte und zwar war der Hintergrund dessen dass die sich überlegt hatten wir wollen jetzt mal Ruhe hingießen wir schaffen jetzt eine Situation in der die irgendetwas machen wir lassen sie das auch machen also die beschließen richtig es soll irgendwo krachen aber niemand greift ein und verhindert das aber wir observieren die und das hier ist jetzt zum Beispiel der Auftrag auch das ganz neue Akten die wir haben der Auftrag an das mobile Einsatzkommando das ist Hessens beste Observationspolizei was besseres hat Hessen nicht und das ist der Einsatzbefehl was das MEK machen soll nämlich Observation von mir halt in der Nacht vom 11.12. bis 18.9. jeweils nachts Ziel der Observation ist die beweiskräftige Festnahme der Zielperson während einer relevanten Straftat das steht da also drin die schreiben also nicht dass sie eine Straftat verhindert werden soll das ist eigentlich ja vermeintlich der Auftrag der Polizei sondern sie soll stattfinden und man soll mich das auch machen lassen oder auch andere um uns dann endlich mal im Knast zu sperren taktische Vorgabe Tarnung vor Wirkung nicht also lieber mal wieder weg als dass sie eine Straftat verhindern oder so etwas sollte die Zielperson außer Kontrolle geraten wird gebeten den jährigen Frühjahrungs- und Lagedienst zu benachrichten also jetzt gibt es ein passiert ein riesen Aufriss die Provokation ist eine Ladung zum Haftantritt ich hatte damals eine Verurteilung zu neun Monaten Haft ohne Bewährung das war diese Beleidigung von Angela Gülle und die Auseinandersetzung mit der Polizei und so weiter und so fort das ist später vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden aber damals galt die man muss das nicht abwarten mit dem Bundesverfassungsgericht weil wenn man da hinzieht das trifft die Rechtsfähigkeit nicht Kraft nicht und man kann mich in den Knast werfen es ging ihnen ja auch noch gar nicht darum dass ich die Strafe tatsächlich absitze sondern es ging ihnen darum dass das die Provokation ist und sie hoffen dann dass wir eine Aktion machen wegen der sie uns dann einlochen können jetzt gibt es noch Anweisungen an die Gießener Polizei das sind jetzt Akten die haben wir schon länger von der Gießener Polizei und da sieht man das auch das sind also die Streifenwagen die noch mit eingebunden waren denn man muss sich vorstellen dass jetzt ein riesen Anteil der hessischen Polizei dorthin verlegt wird bei der Einsatzbesprechung wurde ein besonderes Augenmerk bla 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 schreibt er dann und Inhalt dieses Gespräches war dass oben genannte Personengruppe von operativen Zivilkräften aufgenommen und observiert wird ein Herantreten an die Personengruppe solle nicht geschehen also jetzt kriegen die ganzen Gießener Polizisten und alle eingesetzten Bereitschaftspolizisten aus Mühlheim waren noch da und die fuhren da so alle rum sie sollten hinterher dann diese Festnahmen machen immer schön wegfahren niemand stört die mehr also es entstand eine Zeit die wir so gar nicht kannten wir wurden nicht mehr kontrolliert es passierte gar nichts mehr alle Maßnahmen welche sich auf die Personengruppe beziehen sollten vorher mit der Einsatzzentrale abgesprochen werden es gab da also eine Zentrale die wusste immer alles und das Ganze immer nur per Handy weil die ging davon aus dass wir Polizeifunk abhören und so weiter und so fort auch hier konnte man das sehen wieder noch ein anderer Beamter weitere offene Maßnahmen sollten unterbleiben dass sich operative zivile Einheiten im Stadtgebiet Gießen befinden die die Verfolgung verdächtiger Personen aufnehmen und auf frischer Tat ertappen wollen da steht es also auch nochmal es geht darum dass eine Straftat stattfindet und dass gut dokumentiert wird um mal endlich einen Strafprozess aufziehen zu können wo man dann richtig ein Ergebnis hat alles Stück für Stück ergaunert also diese neuesten Sachen jetzt bei dem Gang vor dem Oberlandesgericht die Klageerzwingung das ist ja erst ja ja das sind alles Polizei und Gerichts alles Polizeiakten also diese neuesten Sachen sind alle die wozu das hier zum Beispiel auch gehört das ist das Ergebnis einer Landeskriminalamtsermittlung zu dem ganzen Fall das sind Akten von 2008 schon und die sind lange lange liegen geblieben die haben genauso lange gewartet mit der Einstellung des Verfahrens dass ich ein gerichtlichen Entscheidern beantragen konnte das habe ich ja im Herbst letzten Jahres gemacht und verloren mit der Begründung die fünf Jahre sind oben und damit ist die Verjährung eingetreten das haben die sehr geschickt gemacht das Ermittlungsergebnis gibt es aber schon aus dem Jahr 2008 aber wir haben die Akten eben jetzt seit so anderthalb Monaten und da sieht man auch nochmal das ist halt auch so ein Auszug aus diesen Landeskriminalamtsermittlungen dazu also jetzt die die 2008 gemacht haben Überwachungsmaßnahmen in Sachen Kanzleibeschmierung sowieso mit der Ziel der Festnahme von eventuellen Tätern insbesondere Bergstedt also die wissen schon wen sie festnehmen so ist das alles klar nur die Tat fehlt noch so muss man sich das zeige ich jetzt vorher das wissen wir alles nicht bei uns ist es relativ langweilig wir kriegen ja nicht mehr so viele Aktionen hin uns ärgert dieser Haftantritt natürlich und ich stelle einen Antrag beim Verfassungsgericht dass sie das aussetzen sollen aber es passiert auch erstmal nichts und wir sitzen dann da rum und kriegen aber auch gar nicht mit was um uns herum passiert nämlich in der Tat das mobile Einsatzkommando stellt sich um uns herum das war unter anderem hier hinten im Hintergrund ist die Projektwerkstatt das Grundstück also bis hier vorne da geht so eine Straße so lang und hier ist so ein Feldweg und da stand dieser Wagen zum Beispiel und so saß es auf der anderen Seite von den Straßen auch so oft als Firmenwagen dort als Reichskirchener Firmenwagen deklariert da sitzt niemand drin und das haben wir dann irgendwann später als alles durch war heraus das war einer der Wagen des mobilen Einsatzkommandos die haben das halt so gemacht dass sie dort ihre Überwachungstechnik hatten und das allerdings per Funksignal dann an Werken woanders hin übertragen wurde denn das ist ja anders wie hier in Fulda das fällt alles sofort auf in diesem Dorf also sitzen die ein Dorf weiter vor Bildschirmen und mit Kopfhörer und verfolgen das Ganze wir wissen davon gar nichts und überlegen halt was machen wir denn und es ist auch ärgerlich und es kommt dann ein Wochenende 12. bis 14. Mai und da sind ein paar Leute da läuft ein Seminar in der Projektwerkstatt ganz harmlos wir sind noch nicht viele und dann ist Samstagabend und dann überlegen wir ach wir wollen eh mal wieder Containern fahren also die Projektwerkstatt ist weitgehend gratis ökonomisch organisiert wir leben von den Resten dieser Republik um unabhängig sein zu können das ist unser wesentlicher Anlass wir wollen unbestechlich sein und wir wollen nicht immer irgendwie gucken dass wir an Staatskohle rankommen oder von diesem und jem abhängig sein also organisieren wir uns unsere Nahrungsmittel aus Supermarktcontainern und das haben wir an dem Samstag da wieder machen wollen und dann haben wir überlegt das ist immer so eine Strecke da fahren wir relativ lang bis nach Gießen und dann wieder so zurück über so irgendwelche Supermärkte auf dem Land dort das ist so da fährst du halt wir sind ungefähr 20 Kilometer von Gießen entfernt da fährt man also ein bisschen lang und das machten wir jetzt dort auch und jetzt überlegten wir allerdings ey wenn wir sowieso nach Gießen fahren die sind doch bestimmt nervös wegen diesem Haftantritt machen wir doch noch irgendeine Provoaktion und wir haben tatsächlich echt eine ziemlich platte Provoaktion gefahren also da werde ich überhaupt nicht behaupten dass das ein hohes politisches Niveau hatte wir haben schon häufiger solche Aktionen gemacht also ist auch ganz nett wenn die irgendwie aufgeregt sind nehmt euch mal irgendwie so eine Blechdose oder eine Plastikdose schmeißt dann Kronkorken rein und rennt dann so irgendwie durch den Park oder einer Mauer entlang kürzlich an wie diese Klackerdosen mit Graffiti also nach kurzer Zeit hast du so einen Rattenschwanz an Polizisten und dann haben wir irgendwelche Süßigkeiten dabei und verteilen die oder sowas sowas machen wir schon häufig aber dazu fahren wir natürlich nicht extra nach Gießen sondern das machen wir wenn wir da sowieso sind und so dachten wir uns ey komm wenn wir sowieso nach Gießen machen wir fahren irgendwo hin und machen irgendeine Nummer und was dachten wir uns aus wir fahren auf das Gerichtsgelände genau an dem Ort wo auch diese Gedichtelesung mal war wo es schön hell ist unter diesem Vordach aber nicht schon wieder Gedichtelesung was machen wir denn diesmal ach wir spielen Federball und das ist jetzt nicht besonders politisch aber so unsere Geschichte ist dann natürlich auch immer so damit wir uns nicht in irgendwelche Gespräche verwickeln lassen und am Ende noch das Problem auftritt dass man durch die Begegnung dann noch irgendwelche Sachen erzählt oder so etwas üben wir quasi immer dass wir das Gesprächsthema mit der Polizei diktieren und das ist dann eben dieses Federballspiel also ähnlich wie mit diesem Kameragottesdienst hatte ich ja auch schon mal erzählt bei dem Federballspiel hatten wir gesagt egal was die uns fragen wir bauen uns immer auf das Federballspiel um also wenn die sagen hier ihre Personalien bitte nee ach das ist echt viel zu klein nehmen sie lieber einen Schläger wir hatten extra noch Schläger mit damit die mitspielen können und wenn die uns mitnehmen hey kann man bei euch denn auch Federball spielen wir wollten immer nur über Federball sprechen egal was die uns fragen da macht man halt keine Fehler und das erzählt irgendwelchen Unsinn so jetzt muss er sich die Situation also so vorstellen die ich hatte euch erzählt was deren Plan war und auf welcher Ebene das angesiedelt waren träumten davon uns endlich meinen Knast zu kriegen sie opfern irgendwas geht noch kaputt brennt ab was auch immer die denken ja dass wir solche Sachen machen Beweis dafür haben sie nicht und hoffen das jetzt aber und sitzen da angespannt schon drei Nächte herum und nichts passiert und dann kommt die Nacht vom 13. auf den 14. ungefähr 0 Uhr und fünf Leute fahren von der Projektwerkstatt runter mit Fahrrädern mit Rucksäcken und sogar einem Fahrradhänger mit Körben drin alles natürlich leer wir wollen ja Container wissen die aber ja nicht und denken sich ich bin mir todsicher was jetzt als Meldung vom mobilen Einsatzkommando an die Einsatzzentrale in Gießen gegangen ist sie fahren los es geht los irgendwas noch opfern und dann ist Ruhe in Hessen wir kümmern uns da nicht rum wir wollen ja mit denen Federball spielen also interessiert uns auch nicht ob wir schon observiert werden wenn die uns schon zugucken umso besser dann kommen die früher so sehen wir auch nicht ob die mit uns mitfahren sie müssen ja irgendwie mit uns mitfahren sonst macht das Ganze ja keinen Sinn außerdem hatten die noch aus allen mittelhessischen Polizeistationen und von der Bereitschaftspolizei Mühlheim jede Menge regulärer Einheiten als Ring um das Ganze aufgebaut damit wir hinterher auch festgenommen werden können und wenn wir uns jetzt bewegen kann man sich vorstellen wir kommen irgendwann mal an den Rand vom Ring und dann trifft man auf Streifenwagen das durfte aber ja nicht passieren und da haben wir zum Beispiel auch jetzt schon relativ lange ein Vermerk von einem solchen Streifenwagen gegen ein Uhr wurde von der Einsatzzentrale per Handy mitgeteilt dass sich die Leute per Fahrrad und Bollerwagen in Richtung Gießen bewegen und so weiter und so fort im Rahmen der Streife wurden mehrere Personen entdeckt bei denen es sich um die treffenden Personengruppe handeln könnte das scheint jetzt also ein Streifenwagen zu sein der da an der Ecke sitzt wo wir jetzt quasi so auf diesen Ring treffen und dann geht es so weiter eine Meldung an die Einsatzzentrale erfolgt umgehend worauf die Einsatzzentrale anordnete dass die schiesige Streife sich unverzüglich aus diesem Bereich zu entfernen hat die dachten jetzt natürlich oh scheiße jetzt treffen die auf dem Polizeiauto und dann machen die ihre Aktion nicht mehr das darf nicht passieren die Polizeistreife ist noch im alten Modus und wundert sich auf Nachfrage wurde angeordnet dass man sich komplett zurückziehen solle und auch ein verdecktes Aufstellen im Nahbereich nicht zu erfolgen hat okay also alle weg wir fahren so und wie man so wie irgendwelche komischen Leute das Meer teilen können so konnten wir die Polizeikräfte teilen und alle fahren immer weg und wir kommen immer näher an Gießen heran merken nichts davon weil wir auch nicht drauf achten dann passiert etwas sehr sehr lustiges allerdings wir konnten gar nicht lachen weil wir haben es gar nicht mitgekriegt wir kennen den Spaß erst hinterher aus den Akten zwischen Sarsen und Gießen verläuft ein überregionaler Fernradwanderweg der R7 also Hessen hat so ein komisches Netz aus verschiedenen überregionalen Radwanderwegen und Sarsen und Gießen sind mit sowas verbunden das ist sehr nett so dass man ganz gut diese Strecke fahren kann und den fährt man immer das weiß die Polizei auch man fährt da lang das geht unten an der Wieseck entlang muss man nicht so viele Berge und so weiter wunderbar den fahren wir und den fahren wir sonst auch immer so dass man also voraussehen konnte wo wir lang kommen jetzt kommt man an der Stadtrand von Gießen dann überquert man das geht so man kommt bis in die Innenstadt durch die Wieseck Aue ähm ähm da ran und am Rand der Wieseck Aue kommt so eine Situation man überquert die Philosophenstraße und dann kommt so ein Gitter und wir fahren da mit Fahrrädern durch und die Polizei bleibt da hängen das merken wir gar nicht aber wir lesen später in den Akten um 1.46 Uhr wurde die Station durch die Einsatzzentrale mitgeteilt dass sich die Mitglieder der Projektwirtschaft Saas in Gießen aufhalten würden diese aber durch die Observationskräfte verloren wurden also welch eine unglaubliche Situation die haben die beste Einsatzüberwachungspolizei Hessens am Start und sie scheitern an so einer Metallschranke die da seit Jahren auf diesem Weg den wir immer wieder nehmen steht also man stelle sich vor wir hätten jetzt wirklich was gemacht und am nächsten Morgen hätte Bouffier angerufen weil er gehört hätte das Amtsgericht ist abgebrannt und alles klar habt ihr sie? äh äh nee wieso nicht? da war so eine Metallschranke unglaublich daraufhin wurde eine stille Fahndung veranlasst das heißt alle müssen uns jetzt suchen wir sind in diesem Park drin wir müssen ja irgendwo wieder rauskommen also rundherum nicht mit la lü la la und Hubschrauber sondern stille Fahndung irgendwie wollen wir uns ja wiederfinden müssen wir uns jetzt finden wir fahren tatsächlich durch diesen Park durch am anderen Ende des Parks ist das Schwimmbad von Gießen und der Parkplatz an der Ringallee und dann kommt man auch an die Ringallee und auf der anderen Seite ist schon das Gerichtsgelände jetzt fahren wir aber mit unseren Fahrrädern da nicht rüber weil wir denken ach komm am Ende sind wir wieder in Unterbindungsgewahrsam dann stehen unsere Fahrräder auf dem Gerichtsgelände rum wir stellten die in die Fahrradständer von dem Schwimmbad und gingen zu Fuß über die Ringallee in die Gutfleischstraße aufs Gerichtsgelände das überforderte die Polizei schon wieder die suchen ja nach Fahrradfahren und so gelang das Unglaubliche nämlich dass wir trotz Top-Bewachung was besseres haben die nicht auf das Gerichtsgelände gelangen konnten unbemerkt und begannen an der bekannten Stelle wir spannten zwischen diesen beiden Pfosten ein rot-weißes Absperrband und begannen Federball zu spielen und dachten uns naja wie immer sie werden gleich aus allen Richtungen kommen und wir werden eine Menge Spaß haben dann fuhr ein Polizeiwagen da vorbei latschte auf die Bremse guckte in unsere Richtung fing an zu telefonieren das war genau das was wir erwartet haben ah jetzt werden sie alle Leute zusammenrufen und dann müssen sie wieder hinten rumfahren wie bei der Lesung damals und spielen endlich mit dachten wir so und dann fuhren sie tatsächlich nach rechts weg und wir dachten so eine Minute noch zwei Minuten drei Minuten nichts geschah das kratzte sehr stark an unserem Selbstbewusstsein Gießner Polizei weiß dass wir auf dem Gerichtsgelände mitten in der Nacht Federball spielen und interessiert sich nicht für uns was geht ab wir lesen das aus dem Vermerk von dieser Polizeistreife im Rahmen dieser Maßnahmen konnten am 14.05. gegen 1.42 es beginnt jetzt langsam interessant zu werden wer das noch kann sich zu konzentrieren sich die Zeiten zu merken 1.26 haben sie uns verloren 1.42 finden sie uns wieder geben die Polizeiakten her gegen 1.42 durch die Streife zwischen den Gebäuden des Amtsgerichts und der Staatsanwaltschaft zwei Personen haben sie dann nur gesehen waren jetzt nicht nur zwei aber egal zwei haben sie gesehen aus dem Schreifenwagen heraus beobachtet werden unmittelbar nach Erkennen dieser Person gab der das dann weiter und jetzt kommt natürlich das was wir nicht wussten sie kriegt natürlich die Anweisung Maßnahmen zu unterlassen da zivile Kräfte an die Personengruppe herangeführt werden soll jetzt also wir haben sie ein Glück und sie hat noch nichts angezündet der Abend kann noch gut werden aus Sicht der Polizei schicken sie jetzt also das mobile Einsatzkommando was zu diesem Zeitpunkt werden wir gleich sehen an einer ganz anderen Stelle stand auf das Gerichtsgelände und jetzt geht es hier weiter sie stellten sich dann erstmal auf den Parkplatz Ringallee von dort ist eine Sicht in die Gutfleischstraße München nachdem der Nahbereich durch zivile Kräfte abgedeckt war verließen wir unseren Standort und das dauerte alles ungefähr fünf Minuten also ungefähr 1.47 sind wir wieder in den Überwachungsbereich des mobilen Einsatzkommandos uns langweilt unser Federballspiel inzwischen wir kriegen von all dem ja nichts mit und denken uns was geht ab wir müssen mal ein bisschen auf uns aufmerksam machen wir verlassen den Ort und gehen in den Innenhof zwischen Amtsgerichtsgebäude A und B da wissen wir dass dort eine Überwachungskamera ist spielen Federball und winken immer in die Kamera und denken müssen ja mal langsam kommen da kommt tatsächlich ein Auto auf das Gelände gefahren ein ziviler Wagen stellt sich genau so dass man uns da sehen kann dass man auch die Einfahrt sehen kann stellt sich hin jemand steigt aus und geht weg und wir natürlich erst gedacht ah jetzt kommen sie endlich gehen zu diesem Auto hin nicht zu sehen Münchner Kennzeichen in der Tat das war ja an einem Wochenende nachts und am Wochenende wird dieser Parkplatz des häufigeren benutzt von Besucherinnen von den Anwohnern die da sind und so das ist alles ganz normal und so dachten wir auch damals Mist schon wieder nicht die Polizei unglaublich selten so getäuscht das war natürlich jetzt das Überwachungsfahrzeug des Immobilien Einsatzkommandos aber das wissen wir heute damals nicht und so langweilt es uns weiter und wir spielen und irgendwann denken wir uns ja komm wir gehen irgendwo hin wo auf jeden Fall Leute sind über die Gutfleischstraße rüber zum Eingang vom Knast spielen da drücken wir auf diese Geschichte da die Klingel vom Knast da sind ja nun Leute im Knast das ist ja das Desaster dass da immer Leute sein müssen und auch deren Bewacher und die kommen halt die Bewacher stellen sich irgendwann mal alle da so hin die Justizbeamten aber sie wagen sich auch nicht raus zu gehen und antworten immer wo hier die wir fragen immer komm mal raus hier mitspielen wo ist denn hier die versteckte Kamera meint da irgendwann mal jemand auf jeden Fall sie kommen auch nicht raus uns wird es wieder langweilig wir wechseln zum vierten Mal unseren Platz oder gehen an den vierten Ort jetzt vor dem Eingang des Landgerichts das ist so gedreht zur Ostanlage hin das ist eine viel größere Straße da ist eine Bußhaltestelle und dort spielen wir unser viertes Spiel und jetzt kommt wieder ein Streifenwagen vorbei hält an telefoniert wieder und fährt wieder weg jetzt ist es mit unserem Selbstbewusstsein echt ziemlich im Arsch und wir beschließen dass das hier alles keinen Sinn macht heute Nacht lassen wir mal Containern fahren und zurückfahren der Vermerk von der Polizei die da vorbei fuhr im Rahmen unserer Streifentätigkeit im Bereich des Justizkomplexes bemerkten wir gegen 2 Uhr 28 im Vorbeifahren dass sich vor dem Eingang zum Landgericht drei Personen aufhielten und dort Federball über ein rot-weißes Absperrband spielten dann fuhren die erstmal ein bisschen weiter und kommen dann nochmal da vorbei das haben wir dann gar nicht mehr gemerkt und berichten dann dass wir durch die Gutfleischstraße Richtung Ringallee gehen und zwar um 2 Uhr 47 verlassen wir dort das Gelände wieder gehen durch die Gutfleischstraße wieder über die Ringallee zu dem Parkplatz wo unsere Fahrräder stehen und fahren nicht auf dem R7 sondern jetzt auf die Hinterhöfe von Supermärkten zickzack durch den Landkreis wir sind ziemlich frustriert das war jetzt irgendwie nicht so der Hit aber wahrscheinlich die Polizei auch hatte die nämlich zwischenzeitlich nachdem sie Adreline hatten nachdem sie uns verloren hatten dann fanden sie uns wieder und dann stellten sie natürlich irgendwann auch fest sie spielen ständig Federball toll das bringt uns auch nicht weiter und irgendwann beschlossen sie auch dass diese Nacht scheiße ist und ließen uns um 2 Uhr 47 tatsächlich von dannen ziehen das mobile Einsatzkommando bekam keinen Befehl uns weiter zu observieren das wäre auch ein guter Plan gewesen anderthalb Stunden Federball spielen und dann was machen dann sind die alle eingeschlafen aber das war ja nicht unser Plan wir schlechter Laune zurück und die verfolgen uns nicht mehr was jetzt in der Polizei weiter diskutiert wurde wissen wir nicht wir kennen nur das Ergebnis es vergehen 14 Minuten und um 3 Uhr 1 geht ein bemerkenswerter Befehl raus Festnahmebefehl wenn man sich in die Köpfe hinein versetzt der Polizeibeamten die jetzt das ist jetzt nicht mehr das mobile Einsatzkommando sondern jetzt die regulären Einheiten die standen dann nur um uns festzunehmen nachdem wir einen halb terroristischen Anschlag gemacht haben und in dieser Situation wähnen sie sich offensichtlich auch sonst ist das nicht zu erklären was jetzt als nächstes passiert außerdem sind wir noch besonders gewiefte Terroristen weil wir haben uns ja auch noch dem mobilen Einsatzkommando entzogen denn es geht nicht nur ein Festnahmebefehl sondern die müssen uns auch erst mal suchen das wird eine Stunde 19 dauern weil sie wie blöd den R7 absuchen aber wir irgendwo auf irgendwelchen Hinterhöfen von Supermärkten in Containern wühlen es dauert recht lange bis die uns wieder finden nämlich ungefähr auf der Hälfte des Weges zwischen Sarsen und Gießen da liegt der Ort Groß in Busek dort treffen wir wieder auf den R7 und die Polizei entdeckt uns das geben die durch wir kriegen das alles immer noch nicht mit und fahren jetzt wir fahren immer auf diesem R7 jetzt wieder das ist also über Feldwege so richtig durch die Wallachai also da stehen Kühe und Kopfweiden rum keine Straßenlaternen es ist richtig dunkel und dann fährt man da so lang und wir kommen irgendwann fährt man unter der A5 und da durch kurz vor Reiskirchen an so einem Feldwegdurchlass und dann als wir da durch waren sahen wir alles ja dunkel zwei Lichter auf uns zukommen diesen Feldweg und dachten uns Moment hier darf keiner fahren Bauer Harry ist das auch nicht mehr der um halb es ist jetzt 4.30 Uhr morgens so frühmorgens Bauer Harry will auch nicht mehr flügen das kann eigentlich nur ein Polizeiauto sein aber warum bitte jetzt warum anderthalb Stunden Federball spielen vor dem Knast und vor dem Gericht und keiner kommt und warum hier zwischen Kühen und Kopfweiden macht alles keinen Sinn na egal spielen wir halt hier Federball was soll man schon machen wir fuhren einfach weiter du siehst nur diese beiden Lichter wir fuhren weiter und wir können durch die Verwirrung die jetzt eintritt hinterher haben wir uns nicht mehr richtig einigen können in welcher Reihenfolge wir eigentlich gefahren sind das einzige was wir noch wissen ist das Fahrrad mit dem Hänger fuhr als erstes und dann fahren wir da lang und das Auto kommt uns entgegen das ist ja so bei Autos die rollen dann auch und jetzt ist das ein Feldweg das ist relativ eng und dann dann kommt es immer näher immer näher und dann fahren wir ganz rechts und das Auto auch ganz rechts und dann fährt man so aneinander vorbei und wir sehen tatsächlich einen Streifenwagen ganz normaler Streifenwagen aber fährt einfach an uns vorbei und wir gucken so nach hinten fährt er weiter naja was soll man schon machen man fährt weiter so dann kommt da so ein Divisek macht so einen kleinen Schwenk so über die Brücke und da stehen so ein paar Bäume da hätte man dann auch nicht weiter gucken können und als wir dann da sind dann nähert man sich langsam dem Ort Reichskirchen in so einer langen Burgen so an immer entlang der Bahnschienen da und dann sieht man irgendwann den Ortsrand da ist die Freiheit von Steinstraße und da kommen sieben Autos in diesen Feldweg reingefahren darüber haben wir uns jetzt gar nicht mehr unterhalten also konnte sich glaube ich auch niemand mehr daraus einen Reim machen aber was soll man jetzt irgendwie schon machen man fährt halt einfach weiter unser Umgang mit Polizei ist ja regelmäßig auch so eher in so offene Situationen hinein zu gehen also wir fahren gucken aber auch noch mal nach hinten und was sehen wir da dieses andere Polizeiauto wendet und kommt von hinten jetzt hinter uns her also eins von hinten sieben von vorne wir fahren so weiter vorne immer noch das Fahrrad mit dem Hänger und dann gleiche Situation enger Feldweg wir ganz rechts gefahren das Polizeiauto ist auch nach rechts und dann ist das erste Polizeiauto auf Höhe des Fahrrades mit dem Hänger und dann geht die Tür auf und der Fahrer brüllt halt stehen mein Polizei und der Fahrradfahrer bleibt nicht stehen daraufhin macht der Polizist der Fahrer einen Sprung aus seinem Auto und kracht mit dem Fahrradfahrer in die Wiese das sah sehr interessant aus und wir hätten das als nachfolgende Fahrradfahrer und Fahrradfahrerin sicherlich genießen können wenn er nicht ein kleines Problem existiert hätte der war ja der Fahrer eines fahrenden Polizeiautos nun kam also auf uns zu ein fahrendes Polizeiauto ohne Fahrer aber zum Glück nicht besonders schnell sodass wir an den Rand fahren konnten und dann sahen wir dieses Polizeiauto ohne Fahrer an uns vorbeifahren und dann kam ja noch ihr erinnert euch vielleicht von hinten das andere Polizeiauto und es machte Krawum das kann es natürlich sein dass ihr euch denkt was hat der sich denn eingeworfen um so einen Scheiß zu erzählen betrachten wir uns das Ganze also nochmal aus den Vermerken der beteiligten Polizeifahrzeuge das ist der erste Wagen der uns entgegenkam wir befuhren den Radweg daraufhin auftragsgemäß in Richtung großen Busseck und konnten dann gegen 4.30 im Scheinwerfer unseres Funkstreifenwagens eine Dreiergruppe Radfahrer ausmachen bla 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 wie wir da so unterwegs waren Fahrrad mit Hänger und so weiter ich verständigte daraufhin per Funk hiesige Einsatzzentral und teilte mit dass die drei fehlenden Personen soeben unseren Funkstreifenwagen auf dem Radweg passiert hatten und forderte weitere Streifenzwecksunterstützung an gleichzeitig wendete Polizeioberkommissar Pfeiffer mit unserem Fahrzeug auf dem Radweg und wir folgten der Dreiergruppe bis kurz vor die Einmündung Freier von Streinstraße von dort kam dann zur Unterstützung zunächst eine Streife der Polizeistation Gießen-Süd die die Dreiergruppe von vorn stoppte hierbei verselbstständigte sich beim Verlassen des Fahrzeugs der beiden Kollegen deren Funkstreifenwagen und prallte dann gegen unseren Funkstreifenwagen und wurde so gestoppt die anderen haben auch Vermerke geschrieben also zum Beispiel der Unfallfahrer selber der hat eine lustige also wir haben ja ganz viele Anzeigen gemacht um an die Akten ranzukommen so unter anderem eine Anzeige wegen schweren Eingriff in den Straßenverkehr man muss sich ja was ausdenken die Akte muss entstehen und der hat sich dann eine interessante Ausrede einfallen lassen er hat nämlich den festgenommen und als er dann wieder den zu seinem Wagen schleppen konnte hier stand doch eben noch mein Wagen nun bemerkte ich dass unser Funkwagen nicht mehr an selbiger Stelle stand Polizeikommissarin Jakubay teilte mir mit dass ich unser Funkwagen verselbstständigt hatte und auf den gegenüberstehenden Streifenwagen gerollt sei ja ja also kawumm große Aufregung hat der gar nicht mitgekriegt in dem Wagen gab es auch noch einen Beifahrer das war sicherlich nicht der hellste weil sonst hätte der vielleicht mal die Handbremse gezogen oder so etwas der schreibt auch er stieß frontal wenige Meter entfernt mit dem oben genannten Streifenwagen in der Polizeistation Gießen zusammen also das hätte man jetzt wieder genießen können das ist filmreif aber das konnten wir wieder nicht weil jetzt natürlich alle stürzen raus warfen sich auf uns hielten uns direkt Pfefferspray an den Kopf wenn ihr euch auch nur irgendwie bewegt dann sofort drücken wir ab und so weiter sie waren ja in einem halb terroristischen Einsatz so jedenfalls ihre eigene Ideologie die sie sich da gezimmert hatten so wurden wir dann festgenommen und ins Polizeipräsidium geschleppt unsere Sachen wurden durchsucht und da gibt es eine Beschlagnahmeliste das typische Besteck also einer halb terroristischen Gruppe in Deutschland sieht so aus ein Vierbecken mit einem Schläger eine Plastiktüte mit alten Brotscheiben und noch ein paar gebrauchte Teebeutel und so weiter also um die Situation der beiden Gruppen nochmal wieder zu beschreiben wir ziemlich frustriert über den Tag weil nichts passiert ist Container war auch nicht so gut und dann plötzlich dieser Polizeizugriff also normalerweise komme ich damit ja gut klar aber wir haben uns hinterher darüber unterhalten wir haben erstmal niemanden wir sind getrennt worden voneinander getrennte Zellen sowas wir haben keinen Kontakt mehr miteinander gehabt wir haben uns hinterher aber natürlich drüber unterhalten und alle haben ganz klar gesagt niemand von uns hat auch nur einen Ansatz von Erklärung für den Ablauf ihr wisst es jetzt warum das so war wir wussten gar nichts und dachten geht irgendwie gar nicht ich komme nicht klar was machen die hier naja die die hatten ja verschiedenste Sachen sie hatten uns provoziert wir sind nach Gießen gefahren sie haben uns überwacht wir haben sie nicht bemerkt sie haben uns hinterher festgenommen alles gut nur eine Kleinigkeit fehlte die Straftat nun wisst ihr allerdings ja bereits dass die Gießener Polizei damit eigentlich keine Schwierigkeiten hat eine Straftat zu erfinden wenn sie fehlt und so dachten die dann in der fortlaufenden darüber nach was man dann alles so machen konnte und das erste auf was sie kamen war dieses hier da gibt es eine CDU-Geschäftsstelle in Gießen das Konrad-Adenauer-Haus Kram 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 was ist in Gießen alles so passiert oh beim Konrad-Adenauer-Haus war was das ist der Vermerk der Polizei die dort lang gefahren ist nämlich die CDU-Geschäftsstelle wurde angefahren war auf der Anfahrt von der Jefferson Street ist egal jetzt wurde eine männliche Person festgestellt diese war in Richtung Philosophenwald beziehungsweise Richtung Trieb das ist von der CDU weg in normaler Gangart unterwegs also das ist ja schon verdächtig und die Person war 1,80 Meter groß dieser Vermerk wird im Laufe der Nacht von der Polizei benutzt um mir zu unterschieben unterzuschieben dass ich einen Anschlag auf die Polizei auf die CDU machen wollte und von der Polizei gestört worden bin allerdings sind zwei Angaben hier etwas merkwürdig erstens die 1,80 Meter also die Abweichung meiner tatsächlichen Größe ist bedeutend und die haben natürlich alle ED-Behandlungsdaten von mir in ihrem Polizeicomputer aber noch eindeutiger die Zeit 1,46 Uhr wer sich erinnert 1,42 Uhr entdecken die uns auf dem Gerichtsgelände und ab 1,47 Uhr sind wir wieder in dem Fokus des mobilen Einsatzkommandos ich kann es also nicht gewesen sein und die Polizei weiß das aus den neuesten Unterlagen die wir jetzt eben haben diesen Ermittlungs Unterlagen des Landeskriminalamts für den ganzen Abläufen da haben die einen interessanten Satz reingeschrieben also fand ich auch interessant dass diese Ermittler das selber persönlich so gewertet haben die haben nämlich diese Situation wenn man unterstellt dass da Leute eine etwas machen wollten aber klar war dass ich das nicht bin warum haben sie die dann laufen lassen das steht sehr eindeutig drin in Anbetracht der Tatsache dass mobile Einsatzkommandokräfte zur Observation der CDU-Geschäftsstelle eingesetzt waren in der Tat zu dem Zeitpunkt standen die dort nicht unten am Gericht da sind sie erst hingefahren als wir da entdeckt wurden dass von den möglichen Tätern Personenbeschreibung vorlagen ein Entfernen dieser Personen im Bericht des MEKs erwähnt wurde also die haben dann geschrieben dass die dann weggegangen sind und so weiter und so fort Fahndungsmaßnahmen nach den unbekannten Tätern nicht veranlasst wurden und der Leiter des MEKs darum bat Zitat dass die Streifen wegbleiben sollen muss man hinterfragen inwieweit hier der Straftatbestand der Strafvereitelung im Amt verwirklicht ist also wenn sie sagen dass da Leute einen Anschlag machen wollten warum haben sie die Leute nicht festgelegt und jetzt kommt noch diesbezüglich wird darauf hingewiesen dass die gesamte Einsatzmaßnahme gemäß Anordnung durch das Polizeipräsidium Mittelhessen sich auf die Personen des Bergstedt konzentrierte den Ermittlern vom LKA ist vollkommen klar dass die in dieser Nacht jeden bei jeder Sache hätten laufen lassen weil es nur darum geht mich in den Knast zu bringen gut doppelt hält besser dachten sie sich also nehmen wir noch was zweites eine Attacke auf dieses Haus hier das ist der Altenfelsweg 42 und wer wohnt da? Volker Bouffier und hier passiert tatsächlich etwas das können wir auch später nachvollziehen dass tatsächlich hier etwas passiert aber es ist total harmlos eine Person taggt dort insgesamt 23 mal in dem umgebenden Wohngebiet dieses hier AVGCE als er es an zwei Häuser weiter von Bouffier macht also daran kann man schon sehen offensichtlich kein politischer Aktivist da hätte man nämlich gewusst dass da Bouffier wohnt und da kann man nicht einfach mal was ansprühen wird die Person gestellt verjagt oder was auch immer die Polizei macht dazu einen Bericht das ist von dem Polizeichef vom Dienst der da den in der Nacht Dienst hatte der zusammenfassende Bericht und das Relevante hier ist zur Tatzeiteingrenzung dass diese Tags zwischen 2 Uhr 38 und 2 Uhr 43 gemacht wurden und wenn man jetzt sich wieder an die Zeiten erinnert 2 Uhr 47 erst verlassen wir von der Polizei überwacht das Gerichtsgelände geht also wieder nicht dass wir das waren außerdem die Polizei wusste schon zwei Monate vorher wer der Täter ist denn dieses Tag exakt dieses Tag wurde in Gießen schon mehrfach gesprüht und am 27.03. und am 18.04. auch das ist wieder aus diesem Landeskriminalamtsunterlagen wurde der Täter schon zweimal gefasst hat aber einfach immer weitergemacht kann man ja auch ich hab da auch nichts dagegen aber die Polizei weiß schon seit dem 27.03. wer AVGCE sprüht trotzdem wird diese Geschichte als versuchter Anschlag jetzt auf Herrn Bouffier mir untergeschoben beide Sachen werden mir untergeschoben und das ist natürlich schon absurd von den Zeitabläufen hier seht ihr eine Zeitskala wo ich auf dem Gerichtsgelände beobachtet wurde hier seht ihr die Zeitskala von der CDU alle Zeiten wo ich beobachtet oder irgendjemand beobachtet worden sein soll liegen da drin nur drei Minuten später das mit der Polizeistreife aber das hat ja mit mir nichts mehr zu tun und auch hier die Sache bei Bouffier liegt vollständig in diesem Zeitkanal drin die Polizei weiß also dass alles nicht stimmt nun können sie natürlich hergehen und sagen wir müssen ja nicht erzählen dass wir den observiert haben wir tun einfach so nein wie observiert überhaupt nicht nein der hat diese Sachen gemacht aber selbst dann ist dieses ganze Märchen derart schlecht aufgebaut denn das sind die Zeiten die sie mir dann vorwerfen wo ich an der CDU war um 2.35 Uhr noch und um 2.38 Uhr bis 2.45 Uhr soll ich schon 23 Graffitis gemacht haben in drei Minuten schauen wir uns das Ganze mal auf der Karte an hier ist das Gerichtsgelände hier ist das Gerichtsgelände mit den Zeiten am Gerichtsgelände das ist unser Radweg durch diese hier geht es Richtung Greiskirchen durch den Wisseg Park da durch da ist das Schwimmbad und hier ist das Gerichtsgelände das sind die Zeiten hier ist die CDU-Geschäftsstelle 1,5 Kilometer davon entfernt aber wie gesagt die könnten das ja verschweigen aber Bouffier und die CDU sind auch 1,5 Kilometer entfernt das heißt sie behaupteten dann dass ich innerhalb von 3 Minuten 1,5 Kilometer zurückgelegt und 23 Graffitis gesprüht habe das ist natürlich ganz schön cool mit dieser Geschichte die hat böse Sachen gemacht gehen sie jetzt zur Bereitschaftsstaatsanwältin und wollen einen Untersuchungshaftbefehl aber es ist ein bisschen dumm nach Erfolg der Erkennungsstil auch das jetzt wieder aus den Landeskriminalamtsunterlagen die wir erst seit kurzem haben nach Erfolg der Erkennungsdienstlicher Behandlung wurde die Entlassung des festgenommenen Bergstedt durch die Bereitschaftsstaatsanwältin Fleischer verfügt steht da drin und die machen es nicht das heißt die Polizei die eine Hilfsbehörde der Staatsanwaltschaft ist widersetzt sich einfach der Staatsanwaltschaft und macht jetzt ein neues Manöver wo sie die Staatsanwaltschaft nämlich nicht braucht sie bastelt das um und benutzt die mir untergeschobenen Straftaten um mich in Unterbindungsgewahrsam zu nehmen mit Behauptung ich könnte das ja sonst weitermachen und deshalb muss ich in Unterbindungsgewahrsam nicht mehr in Untersuchungshaft und da braucht man die Staatsanwaltschaft nicht folglich schreiben sie nachdem das Manöver also nicht klappt werde ich nicht entlassen sondern sie versuchen die nächste Nummer einen Antrag auf Unterbindungsgewahrsam das ist er der Kopf jedenfalls davon der Staatsschutzchef von Gießen der hat in der Zwischenzeit gewechselt so in den Anfang die Anfangsgeschichten da hatte der auch noch so einen coolen Namen da hieß der Herr Puff jetzt heißt der nur noch Herr Mann also das ist ganz schön langweilig geworden in Gießen alles der schreibt also diesen Unterbindungsgewahrsamsantrag und da schreibt er tatsächlich in dem Unterbindungsgewahrsamsantrag an den Amtsrichter diese Zeiten hinein also ich muss im Nachhinein ja noch sagen wie kann man denn so blöd sein also tatsächlich 2.13 2.27 2.35 an der CDU 2.43 dann schon am Altenfelsweg und da soll ich schon gesprüht haben da braucht der Richter nur hinzugehen und mal zu blättern auf dem Stadtplan und dann zu seiner Polizei zu sagen der war früher selber mal Polizist der Herr Gotthard der Amtsrichter naja also ich finde ja auch der Bergschritt muss mal hinter gittern aber können Sie sich mal was intelligenteres einfallen lassen ich würde vorschlagen Sie fahren nochmal zurück und kommen mit einem neuen Antrag könnte er ja machen aber offensichtlich glaubt der Polizei so viel dass er nicht mal hinguckt er hätte auch wenn er sich das durchgelesen hätte nicht nur gemerkt dass das physisch nicht geht sondern er hätte auch gemerkt dass dieser Text voll Absurditäten nur so strotzt zum Beispiel dieser Satz einer meiner Lieblingssätze bla 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 zwei männliche Personen beide dunkel gekleidet eine davon mit weißem Kapuzenpulli aber das hilft natürlich alles nichts der Richter tut was er soll das war auch eine nicht besonders aufregende Anhörung also ich stand eine Stunde mit Staatsschützern auf dem Flur ein Staatsschützer rein hat sich mit dem Richter unterhalten dann kam sollte ich da rein und dann sagte er da ja setzen Sie sich da mal hin und saß ich vor dem Richter und dann sagte er das erste was er sagte war was haben Sie dazu zu sagen und ich wusste überhaupt nicht das wurde mir nicht gezeigt mir wurde überhaupt nichts erzählt und ich war echt immer noch am überlegen was ist uns hier eigentlich gerade widerfahren ich wusste echt nichts also sagte ich zu ihm zu was soll ich was sagen daraufhin machte Richter Gotthard eine bemerkenswerte Bemerkung die hieß ich stelle hier die Fragen aha meinte ich dann wird die Kommunikation wahrscheinlich ziemlich schwierig aber ist auch egal sagte ich egal was Sie mir vorwerfen die Polizei hat mich doch beobachtet was ich gemacht habe und damit meinte ich diese beiden Streifenwagen weil vom MEK wusste ich ja nichts aber die beiden Streifenwagen die hatte ich ja gesehen und erzählte dass ich da viel dabei gespielt habe sagte und dann der Richter wollen Sie sagen dass Sie observiert worden sind nee meine ich so viele nicht also ich habe die beiden Streifenwagen und dann sagte er noch kann ich mich gut erinnern nehmen Sie sich nicht so wichtig was ja angesichts dessen was ich heute weiß schon irgendwie eine ziemlich abgefahrene Bemerkung war denn in der Tat wurde ich observiert nur ich wusste es damals noch gar nicht naja also Richter Gotthard macht etwas was physisch nicht geht aber Richter sind die wahrheitsschaffende Instanz sie haben ja eine quasi gottähnliche Stellung in dieser Gesellschaft Sie definieren was wahr oder was nicht wahr ist ist es nicht der der Mörder ist nicht der Täter sondern der Verurteilte das ist die Logik und so hat er das ist jetzt der Beschluss vom Amtsgericht und er hat tatsächlich die Dinge festgestellt die physisch nicht gehen nämlich dass ich am 2.37 Uhr an der CDU war und um 2.45 Uhr bei dem Herrn Bouffier nun hat der Herr Gotthard auch noch gleich was für die Verbesserung der hessischen Kriminalitätsstatistik machen wollen und hat dann auch noch gleich in sein Urteil reingeschrieben dass ich die beiden Attacken auf die Anwaltskanzlei ein paar Tage vorher gemacht habe darüber ist überhaupt nicht geredet worden das steht mit keinem Wort in dem Unterbindungsgewahrsamsantrag aber er hat das einfach mal so reingeschrieben dann kommt das in der Statistik besser er weiß zwar noch gar nicht wann das war aber er weiß schon wer das war Gründe Fehlanzeige das einzige was ein bisschen ein Grund ist ist der Satz hier in der Mitte wo er ableitet warum ich das überhaupt alles gewesen sein soll und da steht dass auf der Internetseite der Projektwerkstatt Saasen für dieses Wochenende kreative Antirepressionstrage angekündigt worden sind nun denn wenn es so wäre so what aber es stimmt noch nicht einmal warum steht dieser Satz da weil die Staatsschutzbeamtin Kowski die inzwischen für uns wieder zuständig war erzählt hat dass dieses Tag die Abkürzung für kreative Antirepressionstage gewesen ist also ja also ich fand das auch recht schwierig mich da hineinzudenken wir wissen sogar inzwischen was AVGCE heißt das ist relativ platt Anne Röder Viertel Gießen City East da kamen die Leute halt her die sie ja auch schon kannten aber diese Konstruktion reichte um mich in die Justizvollzugsanstalt zu bringen in der Tat kam ich in den Knast was formal auch nicht geht und die Einlieferung scheint wie zwei interessante Sachen auf erst mal erst mal diesen auf das schreiben die da gerne hin damit man im Knast schlechter behandelt wird weil wenn das drauf steht dann glauben das normalerweise die Beamten und entsprechend also das ist einfach auch nur wieder ein Reinwürger aber abgefahren ist das hier die bringen mich zum Knast ja hier Unterbindungsgewahrsam sagen die am Knast ich war ja dabei an der Pforte hä sowas kennen wir hier gar nicht ach hat aber der Richter gesagt muss gehen oh hat der Richter gesagt dann muss es gehen hm was nehmen wir denn mal und dann fanden die ein Formular da steht Untersuchungshaft fängt ja auch mit U an und haben das dann durchgestrichen und daraus Unterbringungsgewahrsam so heißt das auch nicht sondern Unterbindungsgewahrsam das wissen die alles nicht und so kam ich dann halt in den Knast jetzt kann man ja die Frage stellen wer hat denn da wen belogen oder wer weiß von diesem Spielchen hat Richter Gotthard als er mich anraunste nehmen sie sich nicht so wichtig tatsächlich nicht gewusst dass ich observiert worden bin hat die Polizei ihn belogen oder hat die Polizei ihm das alles erzählt und Richter Gotthard hat nur so getan als wenn er es nicht wusste das wäre schon ein starkes Stück aber in der Tat genau so war es und woher wissen wir das dass die Polizei Richter Gotthard alles erzählt hat das liegt daran dass Richter Gotthard entweder ein guter Advokat ist oder ein schlechtes Gedächtnis hat jedenfalls hat er den Unterbindungsgewahrsamstandrag und an der Stelle wo in dem Antrag den ich ja nie zu sehen bekommen habe notiert war dass ich observiert worden bin machte er einen Haken an die Seite und schrieb drüber nicht sagen das ist schon ganz schön blöd und sowas haben wir irgendwann mal also auch im Original in der Hand gehabt das ist eindeutig die Schrift von Richter Gotthard und das hier ist damit ein vollständig bewiesener Fall einer Rechtsbeugung Rechtsbeugung ist ein problematischer Paragraf das hängt mit der Vergangenheit in Deutschland zusammen also nach 1945 haben sich diese ganzen Richter die ja unter dem Nationalsozialismus Scheiße gebaut haben ohne Ende natürlich gedacht wie können wir der Entnazifizierung entgehen und dann hat der Bundesgerichtshof der bestand ja fast nur aus Nazischweinen beschlossen dass Rechtsbeugung also das Instrument mit dem man Richter dran kriegen kann nur gilt wenn man dem Richter auch nachweisen kann dass er in jeder Phase ganz genau wusste dass das alles nicht rechtmäßig war also bei Bankräubern und sowas muss man das nicht nachweisen dass die das auch wussten dass das verboten war einem Richter kann man nur ans Fell gehen wenn man nachweisen kann dass der wusste dass er Falsches gemacht hat das kann man natürlich praktisch nie so haben die Richter dann gesagt oh ach so ich glaube gar kein Gesetz dass wir die Juden vergasen sollten aber wir dachten wenn Adolf das sagt ist das Gesetz dann fragt man natürlich was haben sie eigentlich die ganze Zeit gemacht als sie studiert haben oder so etwas aber man kann das ja nicht nachweisen dass die nicht wirklich so drauf sind also ist kein die Justiz ist ja der einzige Bereich wo die Enzernazifizierung wirklich exakt die Quote von 0,0 hatte das hier ist eine der wenigen Ausnahmen das ist eindeutig ein Nachweis dass der Richter gewusst hat dass das nicht stimmt was er macht weil er war so blöd das selber zu notieren aber noch nicht gehen wir noch nicht mal auf die juristische Aufarbeitung an die setzt nämlich erst mal noch ein nach dem anderen drauf das hier ist auch noch mal wieder eins aus diesen Landeskriminalamtsermittlungen die wir jetzt halt ganz neu haben und auch dort wird vermerkt das ist sehr interessant es gibt ein Leitstellenprotokoll und die vermerken jetzt selber auffällig ist jedoch dass aus dem Antrag zum Untersuchungsgewahrsam des Bergstedt also dieses Ding da oben was ich gezeigt hatte nicht der Eintrag des Leitstellenprotokolls nämlich dass ich da am Gericht gesehen wurde hineingebracht wurde das heißt die wundern sich auch die Polizei hat nachweislich klar gewusst wo ich bin hat das aber nicht in den Unterbindungsgewahrsamen reingerahmt natürlich ist klar warum das da nicht reingekommen ist aber es fällt selbst den Ermittlern der Landespolizei selber auf so es geht jetzt erstmal noch weiter der 14. hat ja gerade erst angefangen und am 14. Mai machen die natürlich das was sie immer machen eine Durchsuchung erstmal in der Projektwerkstatt und sie machen das auch so wie sie es fast immer machen ohne Durchsuchungsbeschluss sie machen eine Absprache wieder mit der Staatsanwaltschaft dass sie dort nach den Schablonenteilen suchen das ist aber ja Blödsinn sie wussten ja dass sie da nichts finden mitgenommen haben sie auch tatsächlich nur Kalender und so weiter außerdem kommt dann der 15. Mai 2006 ein Tag später also ich sitze inzwischen in ich bin inzwischen in Polizeigewahrsam in Frankfurt gelandet über mehrere Umwege haben die dann auch festgestellt das ist gar nicht richtig bin ich in diesen dann später als Weltmeisterschaftsknast genutzten Ding da gewesen und die anderen sind in der Zwischenzeit wieder entlassen worden sind aber natürlich immer noch keine Ahnung was da abgelaufen ist und jetzt macht die Polizei am ersten Werktag das was sie immer macht sie macht eine Presseinfo dazu und jetzt lesen wir hier spannende Sachen bla 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 und den schönsten Satz finde ich dass sie über die Festnahme schreiben im Rahmen des differenzierten polizeitaktischen Konzepts ach ja das glaube ich auch dass es sowas gewesen ist und dann wurden Leute festgenommen das ist aber jetzt gar nicht spannend der Text etwas anderes ist an diesem hier spannend und zwar die Uhrzeit 18 Uhr 18 das ist vollkommen ungewöhnlich und jetzt passiert eine kleine Panne jetzt hilft uns jemand der uns absolut hasst der Stadtredaktionschef der Gießener Allgemeine Herr Tamme der ist ein Sozialhetzer übelster Sorte der hat schon mal Texte gemacht darüber dass die Parkbänke nicht für Obdachlose da seien und so weiter wir haben auch so Hetzer Tamme eine Internetseite gemacht also der mag uns nicht aber jeden Samstag macht er eine Kolumne in der Zeitung wo er schreibt was er für ultra tolle Sachen in der Woche gerissen hat und da gibt er so an post da so rum dass er herausgefunden hat warum das so lange gedauert hat und dieser Kommentar den er da abseiert bringt ihn hier ins Spiel Volker Bouffier und ich bin mir sicher dass sich Guido Tamme inzwischen in den Arsch beißt dass er diesen Kommentar veröffentlicht hat denn der lautet so lange Zeit im Dunkeln tappte die Redaktion am vergangenen Montag bei der Suche nach einer polizeilichen Pressemitteilung deren Übermittlung bereits am Vormittag angekündigt worden war dabei stellte sich der Sachverhalt auf den ersten Blick recht einfach da dann hetzt er über uns ab kommt es jetzt nicht drauf an als die Nachricht auch am Nachmittag noch nicht eingetroffen war erfuhren die Journalisten dass die Mitteilung der Gießener Polizei einen Umweg über den 9. Stock des hessischen Innenministeriums in Wiesbaden gemacht hat die Presseinfo zu dem ganzen Vorfall kommt vom Schreibtisch von Volker Bouffier und es ist wohl sowieso wahrscheinlich die Gießener Polizei ist überhaupt nicht in der Lage derartige Einheiten zu bewegen und inzwischen wissen wir ja auch dass die ganze Aktion im Innenministeriumshaus vorbereitet worden ist das wussten wir bei der Lange nicht das ist der erste wirkliche Beleg dafür dass Volker Bouffier hinter der Geschichte steht aber es geht ja erstmal noch weiter jetzt kommt der 16. Mai 2016 kommt wieder was lustiges die Staatsschützerin Kowski hat am 14. diese Handschuhe die haben wir bei diesem Menschen der da gesprüht hat die behaupten ja der sei dann geflüchtet und dann präsentieren sie ein Bild wo sie die Sachen gefunden haben von dem das ist ein sehr lustiges Bild da liegt die Schablone als unterstes die Sprühdose liegt da ordentlich drauf und die Handschuhe liegen da auch ordentlich drauf also wenn man sich in die Situation hineinversetzt dass man da irgendwo sprüht und von der Polizei entdeckt wird dann wird man vielleicht wenn man klug ist ist die Schablone und die Sprühdose clean also keine Fingerabdrücke die kann man dann fallen lassen aber die Latexhandschuhe wer schon mal Latexhandschuhe angehabt hat die ziehe ich nicht so eben mal aus ich mache das auch nicht so dass ich zu der Polizei sage halt ihr wollt doch bestimmt meine Handschuhe dann bleibt noch einen Augenblick da steht ich muss mir die gerade mal ausziehen also die Wahrscheinlichkeit wenn jemand wegläuft dass die Handschuhe auf der Folie liegen ist null so sieht das aus wenn man den festnimmt ihm die Sachen abnimmt und dir dann sagt geh mal wir brauchen deine Tat aber nicht dich als Täter trotzdem schickt die Staatsschützerin Kowski mit Boten noch am 14. diese Handschuhe zum Landeskriminalamt um sie auf DNA untersuchen zu lassen warum sie das gemacht hat ist uns bis heute unklar möglicherweise sie kommt morgens im Dienst hat sie auch eine gewisse Periode die ganze erfundene Story geglaubt denn sonst macht das ja keinen Sinn die wussten ja dass meine DNA da nicht drin sein konnte am 16. kommt dann das Ergebnis vom Landeskriminalamt wieder zurück und lautet so konnten DNA einer männlichen Person gesichert werden ein Abgleich mit der DNA Datenbank verlief negativ das heißt der Beschuldigte kommt nicht als Träger der Handschuhe in Frage jetzt hätte ich ja spätestens entlassen werden müssen weil jetzt habe ich auch noch ein DNA-Gutnacht auf meiner Seite aber Kowski wird das in der Schublade verschwinden lassen und gar nichts passieren Beihilfe zur Freiheitsberaubung also eine ganze Menge Leute stapeln hier eine ganze Menge erheblicher Straftaten völlig eindeutig nachweisbar dann kommt der 17. und das ist der erste Tag der nicht mehr so ganz günstig verläuft es passieren zumindest zwei Sachen nämlich der erste ist die Frankfurter Rundschau bekommt offensichtlich von irgendwelchen Polizisten aus Gießen gesteckt dass die sauer sind über diesen Einsatz also so ein bisschen kann man aus dem Text herbeilesen dass die Gießener aus dieser ganzen Geschichte ableiten dass die auf Landesebene sie wohl für zu blöd gehalten haben und deshalb so Landeskommandos dahin geschickt haben um Bouffier seine Kanzlei zu schützen auch da steht hier irgendwo drin dass man dass man das bei einem Privathaus wohl nicht gemacht hätte und dann rattert das Faxgerät bei der Staatsanwaltschaft Gießen und es meldet sich das Verfassungsgericht und sagt hey Moment ihr habt den schon eingesperrt wegen der Sache wo wir noch drüber verhandeln den lasst mal wieder frei die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wird ausgesetzt sagt das Bundesverfassungsgericht und damit ist auch diese ganze Nummer die die da abziehen wollten ich sollte dann ja die neun Monate da absitzen im Anschluss auch gescheitert und sie müssen jetzt spätestens am 17. mich eigentlich entlassen das tun sie immer noch nicht ich komme am 18. erst frei aber egal irgendwann bin ich tatsächlich wieder raus jetzt sind wir alle draußen wir wissen durch den FR-Artikel inzwischen aber ja schon mobiles Einsatzkommando haben sie hier gegen uns eingesetzt da beginnt es im Kopf zu rattern ihr kennt ja die ganze Story jetzt schon für uns ist es der erste Hinweis was hier eigentlich seltsames abgelaufen ist mobiles Einsatzkommando Schwerstkriminalität Terrorismus oder sonst irgendwas was läuft hier eigentlich gerade gegen uns ab aber dann sucht man danach und nach einiger Zeit finden wir dann diesen Wagen dadurch dass wir die anderen aufspüren wir spüren die Wägen auf wo die Leute drin sitzen und können daraus rückschließen wo stehen die Überwachungswagen wir haben die dann einfach alle zugeklebt und dann auf die Straße mit Kreide gemalt und sowas das ist in so einem Dorf schon ein bisschen aufregend und irgendwann haben die dann auch diese ganzen Wagen weggefahren und am nächsten Morgen war einfach alles weg ob wirklich alles weg war wissen wir nicht vielleicht haben wir noch irgendwas hinterlassen aber dieses mobile Einsatzkommando war weg und jetzt begann die Jagd nach den Akten dreieinhalb Monate hat es gedauert bis wir diese allerersten Akten hatten woraus ich zitiert hatte von diesen Streifenwagen dreieinhalb Monate wussten wir weiterhin nichts und dann kamen wir an diese Akten und sahen die haben uns beim Federbeispielen beobachtet ist ja unglaublich die haben sich das alles ausgedacht obwohl sie es besser wussten und dann fingen wir an diese Zeittabellen zusammenzustellen und haben gedacht das ist ja total abgefahren wenn das bekannt wird daraus kann man ja irgendwas Fettes machen währenddessen aber währenddessen aber ging natürlich die ganze Repression das war jetzt gescheitert aber sie suchten etwas Neues wie sie uns hinter Gitter bringen konnten und was fanden sie 20 Tage nach dem 14.05 bei der 2.06 das war die offen angekündigte Feldbefreiung am Gen-Gerster-Acker in Gießen und das ist finde ich in diesem Kontext sehr sehr interessant wir haben das öffentlich angekündigt das ist eingezäunt bewacht normalerweise wenn du sowas öffentlich ankündigst machst du das als politische Provokation um eine Debatte zu erzeugen du weißt ganz genau du kommst dann da nicht hin wenn du da hinkommen willst machst du das heimlich und nachts oder tagsüber als Gärtner verkleidet Subversion wie gesagt eine perfekte Waffe oder als Polizist verkleidet auch immer eine gute Nummer wir haben das tagsüber gemacht der hessische hessenschau stand da und alle haben geguckt und wir dann kam dieser zweite sechste und wir dachten natürlich werden wir jetzt sofort abgehalten begann dann so ein bisschen an dem äußeren Zaun rum zu prokeln aber es passierte nichts und jetzt war es natürlich ein bisschen schwierig weil wir hatten gesagt wir greifen das an und wir sind bis auf das Feld rauf gekommen die Polizei hat uns auf das Feld laufen lassen und uns erst auf dem Feld festgenommen und ich finde dass es kein anderes Erklärungsmodell gibt als dass sie das Gen-Gerstefeld geopfert haben um endlich eine sauber nachgewiesene Straftat zu haben sie haben dann noch Glück gehabt dumm sind sie trotzdem dass der hessenschau gefilmt hat weil in dem Prozess dann gegen uns hatten die dann ihr eigenes Überwachungsvideo da fuhren hinten im Hintergrund Autos vorbei und ich meinte ja wie was da ist ja öffentlicher Raum zu sehen haben sie denn auch ein Schild hingestellt dass er über überwacht wird ne ja dann können sie den Video jetzt wohl wegschmeißen illegal gefilmt aber die hatten zum Glück die hessenschau und jetzt passiert etwas sehr interessantes auch also der Kontext finde ich ist ziemlich auffällig wir sind zu viert auf dieses Feld draufgegangen gegen zwei ist wegen Geringfügigkeit eingestellt worden und ich habe ein halbes Jahr im Knast absitzen müssen also da ist offensichtlich eine offene Rechnung beglichen worden die nichts mit der Gentechnik zu tun hat sondern hier hat die Innenpolitik ein forschungspolitisches Projekt geopfert das aber nur so als Seitenschwenk es gab noch alles mögliche andere die haben eine Menge uns mit einer Menge von Maßnahmen noch überzogen auch die anderen Leute sollten ihre DNA abliefern und so weiter die haben also aus dieser albernen Federballnacht noch richtig viel gemacht wir haben überall Beschwerden eingelegt um Akten zu erzeugen und immer wurde von den ganzen Richtern und Richterinnen gesagt alles okay das heißt die Gießener Richter auf beiden Ebenen Amtsgericht Landgericht haben das alles gedeckt das ist alles Strafverhandlungen das heißt würde das irgendwann oder wäre das rechtlich aufgerollt worden mit Strafprozessen hätte man aus den Gießener Gerichten und Polizeistationen Jugendzentren oder so machen können da wäre keiner so gut wie niemand mehr übrig geblieben wenn die da raus gekommen wären aber natürlich die decken sich gegenseitig sie haben dann noch ein total absurdes weiteres Gerichtsverfahren erstmal angezettelt das sieht dann immer so aus das sind diese Gerichtsgebäude da ist der Knast das ist die Gutfleischstraße das ist die Einfahrt hier zu dem Amtsgerichtsbereich und das ist dann immer ein riesen Aufriss wenn da Gerichtsverfahren gegen uns laufen das war im Herbst 2006 und wir hatten diese ganzen Sachen schon wollten die veröffentlichen haben Zeitungen gesucht auch die Frankfurter Rundschau das muss man ganz klar kritisch immer wieder sagen auch wenn die im Nachhinein dann irgendwann ihre Meinung ja geändert haben die Frankfurter Rundschau ist damals in der Projektwerkstatt gewesen hat alle Akten angeguckt dann hat politisch beschlossen den Fall nicht zu bringen alle haben das gemacht auch die ganzen linken Zeitungen und sowas die das aus anderen Gründen nicht mögen teilweise also unser kreativer Stil ist ja auch in der doch finde wie ich finde häufig sehr langweilig autoritären Linken in Deutschland nicht besonders angesagt wir haben wirklich an keiner Stelle das veröffentlicht worden das hat niemand gebracht das war ziemlich absurd justizkritische Zeitungen haben teilweise Story nicht gebracht weil sie gesagt haben das ist so absurd wenn das stimmen würde würde ja was passieren aber deshalb kann es nicht stimmen Entschuldigung so eine Tatsache oder so wusste das vielleicht auch Nein absolut null Junge Welt absolut null Blockade total alle wussten das sie wussten das alle niemand kann sagen dass er das nicht wusste wir haben alle Parteien angeschrieben wir haben Petitionsausschuss alle nicht ein einziger hat sich irgendwann mal an uns gewendet der Petitionsausschuss vom Hessischen Landtag schreibt uns jetzt jährlich immer noch einen Brief dass das noch in der Bearbeitung ist wir reden über 2006 niemand will irgendetwas machen weil sie natürlich ganz genau wissen wenn das irgendwann mal hochkommt gibt es ein Problem also Ball flach halten das dauerte fast ein Jahr wo alles so weiter lief wie bisher wir hatten diese ganze Menge an Repressionsproblemen und es hätte sich nichts geändert wenn nicht am 30. April dann doch etwas passierte was die Lage anfing zu ändern und das ist dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht das war diese Hauptsache Geschichte meiner neuen Monatsstrafe und das Bundesverfassungsgericht hob tatsächlich komplett dieses Urteil auf so dass es weg war es musste neu verhandelt werden und damit war diese ganze Gefängnisstrafe auch wegen der das ganze Jahr war gab es nicht mehr und dann kam es aber noch dicker es war damals noch so inzwischen ist es nicht mehr so dass man bei freiheitsentziehenden Maßnahmen auch beim Oberlandesgericht nochmal eine Überprüfung anfragen konnte und das hatte ich gemacht alle Gießener Gerichte hatte ich erzählt haben immer gesagt alles in Ordnung alles in Ordnung und dann lief das ewig noch beim Oberlandesgericht und am 18. Juni 2007 fällten die ihren Beschluss und der hat es in sich da stand so und drin erstmal der angefochtene Beschluss des Landgerichts und der Beschluss des Amtsgerichts vom 14.05.2006 werden abgeändert es wird festgestellt dass die Ingewahrsamnahme des Betroffenen rechtswidrig war und dann geht es in die Begründung hinein und da schreiben sie das mit den Zahlen dass das doch vollkommen klar war der ist beim Badminton spielen beobachtet worden dann kann da das andere doch gar nicht gewissen Wesen sein das stellen die beim OLG fest und denken sich natürlich auch das haben die in Gießen wohl auch gewusst warum haben die dann so beschlossen und da sind jetzt einige Formulierungen drin die schon ziemlich deutlich sind zum Beispiel was das Amtsgericht zu seiner Annahme veranlasst hat bleibt im Dunkeln also das ist eine sehr herbe Kritik denke ich von einem Gericht an das andere und dann kommt der Absatz der finde politisch das brisanteste ist da das Instrument des Gewahrsams während der Nazizeit äußerst massiv missbraucht wurde sollte es durch die Tatbestandsmerkmale unerlässlich und unmittelbar bevorstehend rechtlich unmöglich gemacht werden dass die Vorschrift zu einer Ermächtigung zum sogenannten Vorbeugegewahrsam früher schutzhaft ausgeweitet wird und dann der Satz diese Voraussetzungen lagen hier von Anfang an sämtlich nicht vor es ist in Gießen ohne Probleme möglich ohne dass man bestraft werden kann der Polizei und der Justiz zu sagen dass sie mit Methoden des Dritten Reiches arbeiten das ist nicht mehr als Beleidigung angreifbar weil gerichtlich festgestellt aber auch dieses Urteil haben wir nirgends veröffentlichen können unglaublich also wir fanden das geht gar nicht was geht hier ab aber es veränderte in Gießen doch einiges jetzt bekam die andere Seite Angst dass dieser ganze Vorgang mit dem Federbeispiel irgendwann mal öffentlich werden würde und reagierte auf eine beeindruckende Art und Weise sie ließen uns vollkommen in Ruhe seit dem 18. Juli 2007 gibt es in Gießen so gut wie keinen Stress mehr mit der Polizei ja ganz im Gegenteil du kannst lässig Straftaten machen ich hab das mehrfach erlebt Leute klettern irgendwo und dann unten die Polizei ruft in der Zentral an die klettern jetzt hier hoch am Gericht und sowas und immer aus dem Funkgerät lassen sie die klettern definitiv keine Lust mehr oder sowas oder wenn wir im Container sind und dann kommt die Polizei da an weil aus dem Müllleben ist ja verboten dann gehen wir immer so lässig mit irgendwelchen Joghurts auf die zu wollen sie auch ein die legen nur noch den Rückwärtsgang ein und sind weg wenn sie sehen wer da ist also das hat Ruhe also immerhin diesen Vorteil hat es geschaffen und in diesen Vorteil hinein haben wir dann auch diese Öffentlichkeitsarbeit machen können das Buch gemacht verschiedene Veranstaltungen machen können und das führte wiederum zu interessanten Effekten zum Beispiel der Polizeireporter des Gießener Anzeigers besuchte einmal diese Veranstaltung die ich im Kino Traumstern nicht gehalten hatte im Kreis Gießen und hörte sich das so an also das ist ein absoluter Gegner von uns gewesen also er ist Polizeireporter Gießener Anzeiger und sehr sehr neutral er ist nämlich auch noch Vorstandsmitglied im Verein Pro Polizei Gießen und gleichzeitig halt der zuständige Themenredakteur und der hörte sich das an und rief dann bei der Staatsanwaltschaft Gießen an sagen sie mal was machen sie denn da eigentlich das ist doch wohl derart gut belegt da müssen sie doch irgendwas machen und dieser Anruf erst bei der Staatsanwaltschaft selbst sind wir schon richtig lange über das Ereignis eineinhalb Jahre hinweg führt bei der Staatsanwaltschaft Gießen zu einer bemerkenswerten Entscheidung im Herbst 2007 erklärt sich die Staatsanwaltschaft Gießen für Befangen Sie können da nicht ermitteln das führt dazu dass keine Staatsanwaltschaft mehr zuständig ist daraufhin beauftragt der Generalstaatsanwalt in Wiesbaden die dortige Staatsanwaltschaft also der Generalstaatsanwalt in Frankfurt beauftragt die Staatsanwaltschaft in Wiesbaden als externe Staatsanwaltschaft zu ermitteln und diese Staatsanwaltschaft stellt dann irgendwann einfach ein und wir haben immer vermutet dass sie gar nicht ermittelt haben wie wir heute wissen war diese Annahme falsch sie haben eingestellt weil sie ermittelt haben sie beauftragten diese LKAler von denen habe ich euch einiges zitiert die haben super genau hingeguckt also ich habe selten so ein perfektes Ermittlungsergebnis von deutschen Polizisten gesehen und als sie das der Staatsanwaltschaft vorgelegt haben haben die sofort gesagt einstellen keiner guckt da mehr weiterhin weil genau weil es so ein klares Ergebnis gebracht hat und sie stellten dann ein und wir hatten die Akten ja noch nicht das war Ende 2008 und da hat der hessische Rundfunk erstmals überhaupt also der hat nie darüber berichtet dass zum Beispiel gegen Bouffier ermittelt wird aber als es dann eingestellt wurde da haben die dann einen Bericht gemacht das war dann halt 2008 also es geht dann gleich noch ein bisschen weiter mit den allerneuesten Erkenntnissen aber der kleine Spot mal zwischendurch hessischer Rundfunk 2008 Der Versuch des 44-Jährigen den Fall zur Staatsaffäre aufzuwerten ist nicht gelungen Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat jetzt die Ermittlungsakten gegen den Minister geschlossen weil sich keine Anhaltspunkte für Bouffiers Beteiligung an der Straftat gefunden hätten sagt Oberstaatsanwalt Hartmut Ferse Konkret geht es um einen Vorfall in der Nacht zum 14. Mai 2006 Dem Ökoaktivisten war vorgeworfen worden er habe um exakt 2.37 Uhr die Tür der Gießener CDU-Geschäftsstelle angebohrt und einen Kanaldeckel mit Farbe besprüht Deswegen war er noch in derselben Nacht in Gewahrsam genommen und vom Amtsgericht fünf Tage lang inhaftiert worden um weiteren Straftaten vorzubeugen Peinlich nur dass die Polizei ihn just zu dieser fraglos ungewöhnlichen Zeit dabei observiert hatte als er vor dem Landgericht Gießen mit Freunden Federball spielte Das Oberlandesgericht rückte ein Jahr später dass dieses entscheidende Entlastungsmoment nicht berücksichtigt worden war Da sei im Polizeibereich einiges schiefgelaufen findet Ferse Das sagt ja schon die Entscheidung des Oberlandesgerichts das ist eine rechtswidrige Entscheidung seiner Zeit gewesen ist weil die Umstände nicht so waren wie die Gerichtsentscheidungen es angenommen haben und dem muss natürlich nachgegangen werden Und weil so etwas ohne den Innenminister nicht erklärbar sei meint der Betroffene folgte damals der Rundumschlag mit den Strafanzeigen auch gegen Bouffier Doch der Verdacht gegen den und die meisten Justizvertreter konnte jetzt entkräftet werden Aber der Fall ist beileibe nicht erledigt Verdächtig sind immer noch der damalige Gießener Ermittlungsrichter und etliche Polizeibeamte Insgesamt sind 29 beschuldigt bei uns aufgeführt gegen 8 ist inzwischen eingestellt worden das heißt gegen 21 wird noch weiter ermittelt Dass die Vorgänge gegen den linken Öko- und Politaktivisten brisant geworden sind zeigt schon der Umstand dass die Ermittlungen nicht in der Region sondern in Wiesbaden geführt werden begründet Hartmut Wir haben dieses Verfahren durch eine besondere Zuweisung erhalten damit nicht der Anschein entsteht dass eine Krähe der anderen nicht das Auge aussagt sprich die Justiz in Gießen über Vorgänge ermittelt und entscheidet die in Gießen gespielt haben Aber wann die Ermittlungen zum Ende kommen weiß man noch nicht Ebenso ob am Ende auch tatsächlich ein Verantwortlicher gefunden wird Aber so oder so dürfte die Abneigung unseres Ökoaktivisten und Anarchisten gegen den Staat bleiben Wo der HR dann mal recht hat Es passierte dann ewig lange trotzdem nichts mehr bis dann einer seltsamer Zufall auftrat und der ist wirklich ein bisschen lustig finde ich Zwei durchaus bedeutende Redakteure der Frankfurter Rundschau schrieben ein Buch über Roland Koch Und das war gerade fertig und sollte gedruckt werden da trat Roland Koch zurück Das ist propagandistisch nicht günstig Was machen? Sein Nachfolger wurde Volker Bouffier Aha der ist ja immerhin aus dieser Tankstellen Connection also aus diesem Freundeskreis von Roland Koch da lässt sich doch bestimmt irgendwas machen der Plan also das Buch zu erweitern Roland Koch und Volker Bouffier Jetzt brauchen wir einen Fall über Bouffier Ein paar lassen sich da anfügen aber die kennt schon jeder Gibt es irgendetwas was noch niemand kennt? Oh haben wir nicht selber mal eine solche Sache zensiert? Und so gelangte das Federbeispiel als Kapitel in dieses Buch und ist durchaus einer der Aufhänger inzwischen geworden und die FR begann mit Erscheinen des Buches eine riesige Kampagne um dieses Federbeispiel das war Ende 2009 wann war das? Jedenfalls gab es eine Riesenmenge von Artikeln in der Frankfurter Rundschau Bouffier sei jetzt unter Druck und hätte Probleme und sowas das hat so meines Erachtens nicht gestimmt und es ist auch in den anderen Medien so nicht mitgegangen worden und so gab es dann verschiedenste immer wieder riesigen Artikel das sind jetzt diese Internet Ausschnitte aber das waren echt teilweise ziemlich riesige Artikel in der Frankfurter Rundschau und niemand sprang drauf an außer dass die SPD eine Anfrage stellte im Innenausschuss was denn jetzt daran so sei und jetzt machte die CDU einen folgereichen Fehler sie antwortete darauf einfach gar nicht das ärgerte die innenpolitische Sprecherin Nancy Faeser von der SPD die sich daraufhin nicht darüber aufregte was mir passiert ist sondern was ihr passiert ist nämlich dass sie keine Antwort gekriegt hat und dieser Fehler führte dazu dass das so langsam hochkochte parallel dazu jetzt kamen immer neue Geschichten jetzt lief der Innenausschuss und immer noch dieses komische Ermittlungsverfahren das wurde dann tatsächlich irgendwann eingestellt und das steht zum Beispiel in diesen ganzen Einstellungen und in dem endgültigen Schreiben es fehlt hier insbesondere mit dem erforderlichen bewussten Rechtsbruch also wenn man sich diese ganze Story so hört sieht man jetzt überschreiten wir die Fünf-Jahres-Grenze dann irgendwann und dann läuft das Ganze vor dem Oberlandesgericht wird dort auch abgeschmettert wir kommen aber endlich dann an die allerletzten Akten ran nämlich an diese vom Hessischen Landeskriminalamt und wenn man sich diesen Satz so überlegt bei dem was wir jetzt alles wissen und dann vielleicht auch noch mal reinguckt das ist so der Header von diesem Ermittlungsbericht und da sind eine ganze Menge noch sehr sehr interessanter Ausführungen drin die kann ich jetzt hier alle nicht vortragen das ist richtig lang also die Akte hat insgesamt 4000 Seiten diese allein der Text den die zusammenschreiben sind dürften ungefähr 50 Seiten sein so und da findet man halt so Sachen zum Beispiel dass die darüber überlegen dass ich eingelocht worden bin nein die Observation ist nach hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz gemacht worden das ist Präventivrecht Polizeirecht Ziel war aber ja mich festzunehmen bei einer Straftat das ist Strafprozessrecht das geht überhaupt nicht zusammen also schon die ganze Anordnung von Anfang an eine Observation nach StPO kann man nur machen wenn schon Tatverdacht vorliegt zu etwas was schon passiert ist und die haben es aber jetzt gemacht um etwas was in der Zukunft liegen ist und sowas das steht da ziemlich deutlich drin dann ist hier auch nochmal genannt worden dass auch der Auftrag an das mobile Einsatzkommando die Observation und die Festnahme während einer relevanten Straftat war das war der Auftrag an das mobile Einsatzkommando und da sind die die immer so schreiben die immer so dass also letztlich der Beweis gesicherte Festnahme endet es soll also eine Straftat die Polizei wünscht sich eine Straftat das war auch noch ein interessanter Absatz da schreiben die so ein bisschen zusammen das ist ihr Endbericht dann dass der Anzeigerstatter also ich hat zudem nur gegen wenige Beamte konkret Strafanzeige erstattet 29 das scheint also bedeutend mehr zu sein wo die Landeskriminalamtsermittler der Meinung sind gegen die die müsste man auch ermitteln oder halt zum Beispiel um 3 Uhr 42 wurde bereits das Landespolizeipräsidium informiert und da schreiben die Ermittler auch warum wurde eigentlich immer das Landespolizeipräsidium informiert das ergibt gar keinen Sinn das ist nicht die normale Praxis man kann das auch aus deren Bericht halt sehen was alles dort an Seltsamkeiten läuft aber wie gesagt es ist jetzt alles eingestellt strafrechtlich ist alles abgehandelt da geht gar nichts mehr es läuft noch im Innenausschuss es könnte also nur da was passieren da sitzen halt die Parteien zusammen und zum Abschluss also oder fast zum Abschluss will ich dann auch nochmal die CDU den entsprechenden CDUler kommentieren lassen wie der die Sache sieht niemand stellt ihn abredet dass er vier Tage inhaftiert war und dass dafür in diesem Fall keinen Grund gab das wird überhaupt nicht bezweifelt was wir aber auch sagen ist dass sich hier die Opposition vor den Karren eines Anarchisten spannen lässt wir leben also offensichtlich in einem Land wo eine Partei regiert die der Meinung ist dass es vollkommen korrekt ist dass man Leute an die Wand stellt und nach Standrecht behandelt das sagt er sogar ganz offen aus dass das halt nicht geht aber wie gesagt das sind so die die Höhepunkte aus dieser ganzen Geschichte ich habe drei Fallbeispiele herausgewählt natürlich dieses was momentan immer noch in der Debatte ist eigentlich sind es aber viel mehr Fallbeispiele wer im Internet nachgucken will oder in diesem Buch oder wie auch immer wird noch eine ganze Menge absurdeste Storys zu lesen bekommen wichtig ist mir aber eben auch mit dem Ganzen von meiner Seite aus deutlich zu machen wir leben in einem Land wo ich finde das sehr sehr unbegründet Justiz obwohl ja schon alleine von der wie das inszeniert ist das Mobiliar dieses organisierte aneinander vorbeireden diese soziale Kälte die in diesen Sälen herrscht Leute in Knäste stecken dass da unglaublich viel sowieso schon vom Prinzip wenn alles gut laufen würde schon sehr sehr fragwürdig ist ob so etwas wirklich eine sinnvolle Einrichtung der Gesellschaft ist und wenn ich mir dann eingucke was hinter den Kulissen feststellbar ist dass da gelogen wird dass da Beweismittel gefälscht werden dass man eigentlich überhaupt nichts mehr glauben kann wenn man irgendjemand festgenommen wird wegen Graffitis nicht nur in Frage stellen ob das wirklich Täter oder Täterin war sondern in Zukunft auch in Frage stellen ob es das Graffiti überhaupt gegeben hat oder ob es die Polizei selber gesprüht hat nichts kann man dort irgendwie aus Machtinteressen wird dort alles mögliche gefälscht weswegen ich durchaus der Meinung bin dass es angemessen ist diese Sache sehr viel grundlegender zu kritisieren als das bisher meistens gemacht wird und auch ein bisschen wollte ich dafür ja auch werben es sich lohnt vielleicht treffen wir uns tatsächlich irgendwann mal hier vielleicht für das eine oder andere Training es sich auch lohnt kreative offensive Handlungsweisen zu entwickeln die in der Lage sind dem etwas entgegenzusetzen das ist also jetzt nicht unbedingt ein Aufruf zur Militanz oder so etwas ich liebe das filigrane subversive kreative was die Herrschaftsverhältnisse die uns da draußen ständig begegnen halt demaskiert und vielleicht haben ja Leute Lust dass man sich sowas auch mal aneignet vielleicht könnt ihr das auch so schon und man dass hier auch selber so Sachen so abgehen ich finde jedenfalls es ist absolut lohnenswert in diesem Betrieb von Justiz und Polizei nicht nur irgendwelche Sandkörner ins Getriebe zu werfen sondern richtig große Felsbrocken oder Holzschuhe wo der Begriff Sabotage herkommt was auch immer dieses System zu stoppen finde ich lohnt sich allemal das ist das ist das ist ganz schön das ist Vielen Dank.